So, wir führen jetzt hier ein Gespräch mit Gregor Politik. Er hatte mich auf Discord angeschrieben. Wahrscheinlich hast du mich durch die Debatten in letzter Zeit kennengelernt, I guess. Ja, also ich mache ja manchmal was mit dem Baba Bartonek zusammen und er hat mich so gefragt, wie man damit umgehen soll, wenn einen 16-Jähriger kritisiert, aber auf eine Art und Weise, die er halt eher so als Atom in einem Argument ist. Aber er möchte jetzt, also ich habe schon mal gehört, dass es ein Hugo gibt, aber ja, so wirklich bin ich dann auf dich aufmerksam geworden, wie ich gehört habe, dass du so ein paar Leute im Chat hast. Warte mal, Bartonek hat dich gefragt, wie er mit Atominem-Argumenten von mir umgehen soll. Nein, weil normalerweise, wenn ihm jemand, wie er es nennt, geschissen kommt, dann geht er geschissen zurück. Nur er kann halt nicht einem 16-Jährigen, ich weiß, du magst es nicht, aber es ist halt schon ein Unterschied, ob man jetzt einen Erwachsenen geschissen kommt und ihn beschimpft und halt mit ihm bieft. Aber das Ding ist ja, also das Einzige, worauf er eingegangen ist, war halt immer mein Alter, das war halt das, was mich genervt hat. Also wie gesagt, ich habe ja auf sein Video reagiert und ja, ich habe ein paar Mal sein Dialekt nachgemacht, war vollkommen unnötig, war halt einfach für ein bisschen Belustigung. Hätte er bei mir genauso machen können. Ist ja auch okay, Wien ist ja schön. Ja, ja, ich komme eher aus, also meine Familie kommt aus der Region, das ist nicht mal kulturelle Aneignung, Kappa. Sehr gut. Aber ich habe halt auch inhaltlich an ein paar Punkten was gesagt und was mich gestört hat, ist, dass er eben nur darauf eingegangen ist, dass ich ein paar Mal sein Dialekt nachgemacht habe und auf das, was ich inhaltlich gesagt habe, halt gar nicht. I see. Ich habe das, ich habe die Reaction von dir auf ihn, also die Inception Reaction habe ich nur beim Workout geschaut. Also ich war so passiv dabei. Ich fand jetzt nicht jede Kritik berechtigt und ich habe eher das Gefühl gehabt, dass du da so nitpicky rangehst, aber da müssen wir uns jetzt eh nicht drüber streiten. Also ich habe das schon, ich verstehe seine Sichtweise dann auch und aber dass dann nur so gesagt wird, ja, komm, du bist ein kleiner Junge, ich darf jetzt nicht, also das habe ich auch bei Nathan schon Kacke gefunden. Also das nervt halt, weil ich meine, dann soll er doch darauf eingehen, wo meine Kritik nicht berechtigt ist, aber auf die Sachen, die halt vielleicht mal nicht so inhaltlich waren einzugehen, macht es natürlich sehr leicht. Und an mir zu sagen, dass ich nur Atominem dran gehe, während er nur auf meine Unterhaltung und nicht auf meine Argumente eingeht, macht es halt für mich ziemlich doof. Ja, das ist halt das Problem immer, also mit dem ganzen Genre. Also ich mag das ganze Genre am Meinungsblogging nicht, weil das ist halt immer, du musst unterhaltsam sein, nur wenn du unterhaltsam bist, dann kann es halt sein, dass du Dinge verkürzt darstellst, weil es muss halt ein Joke sein und dann entsteht halt oft das Gefühl, dass man bewusst fehlverstanden wird. Es ist einfach ein schwieriges Genre. Also worum es eigentlich, worüber wir sprechen wollten, weil hier wurde gerade an dem Thema gefragt im Chat, unser Thema ist letztendlich, warum eine gewisse Bubble alles und jeden als Rechtspopulisten bzw. Nazi bezeichnen muss. Ja, so hätte ich es tatsächlich nicht formuliert, also wann man jemanden als Nazi bezeichnen kann oder darf. Ich finde das eine relevante Frage, weil manche Leute sind halt Nazis und muss man halt nennen dürfen, aber wir werden sicher gleich das ganz genau ausdiskutieren. Also kurz eine Frage. Denkst du prinzipiell, dass wenn jemand ein Nazi ist und wenn du denkst, dass es ein Nazi ist, dass es okay ist, den auch öffentlich so zu nennen? Ich glaube, hier muss man auf verschiedene Ebenen rangehen. Also erstmal war es ja grundsätzlich früher so ein linkes Ding, dass man Nazis eher als Neonazis bezeichnet hat, weil man gesagt hat, ja gut, das war die Nazis, die haben vielleicht nochmal ein bisschen ganz andere Sachen gemacht, vielleicht sollte man da nochmal eine Untertrennung reinbringen. Das fand ich prinzipiell schon mal einen guten Ansatz. Gab es auch eine Veränderung in der Zeit? Also das ist ja jetzt auch in den Linken vielmehr, also manchmal verändern sich ja Positionen. Ja, aber ich fand das besser, also ich bin da grundsätzlich eher ein Fan davon. Weil das nicht relativ war. Also wenn jemand ein Nazi oder ein Neonazi, dann findest du es okay, wenn ich den Neonazi nenne? Wenn jemand sagt, er bekennt sich zum Nationalsozialismus und er findet das gut, ja. Okay. Jetzt ist halt das Ding, dass man das in Deutschland nicht machen darf. Also man darf nicht, man darf nicht öffentlich Nazi-Sachen sagen, weil das Sinn ist volksfeizigend. Zum Beispiel, es gibt ja den Slogan, der verboten ist mittlerweile, wer Deutschland liebt, ist Antisemit. Wenn man das sagt, macht man zwar offen, dass man ein Nazi ist, aber man darf es gar nicht sagen, deswegen sagt es kein Nazi. Das heißt, aufgrund von gesellschaftlichem Druck, lügen Nazis. Oder Neonazis halt, wenn du das bevorzugst. Das heißt, ich würde da schon einmal problematisch sehen, ich finde es da schon problematisch, dass du dich darauf, dass du die Grenze da siehst, wo jemand offen das Gesetz bricht. Nein, da ist es natürlich ganz offen erkennbar. Bevor jemand nicht offen sagt, der ist ein Neonazi. Das ist ja erstmal eine andere Stufe. Jemand, der das öffentlich sagt, der ist ganz klar ein Neonazi, wenn er sich dazu bekennt. Dann gibt es natürlich auch die Gruppe an Menschen, die den ganzen Tag solche Sachen äußern, aber eben in Form von Dog Whistles und Aussagen, die nur leicht abgeändert wurden. Was hältst du von denen? Die muss man sehr, sehr genau betrachten und man muss sehr, sehr genau die Zitate und Quellen bringen. Und wenn man dann die in einer unfassbar hohen Häufigkeit hat oder in einer sehr hohen Häufigkeit und sich so eine Person nie davon distanziert hat oder sonst was, dann kann man natürlich auch zu dem Schluss kommen. Aber da sollte man sehr, sehr vorsichtig damit sein. Okay, ich möchte jetzt nur genau wissen, was so deine Kriterien sind. Also wenn jetzt, ich sage jetzt etwas Nazimäßiges, wer Deutschland liebt, ist Antisemit. Dann kommt das raus. Ich habe eine öffentliche Plattform und ich sage, oh, Entschuldigung. Also da distanziere ich mich davon. Das war ein Fehler. Ich habe mich seitdem weiterentwickelt. Also wenn du jetzt so sagst, wenn du das jetzt so im 24-Stunden-Stream irgendwie so, keine Ahnung, aus Versehen in einem Joke oder was sowas in die Richtung sagst. Nein, nein, wenn ich es ehrlich... Also du schreibst einen Tweet. Du schreibst einen Tweet. Wer Deutschland liebt, ist Antisemit, ist dein Tweet. Und das schreibst du einfach so als Statement raus. Und distanzierst dich dann einen Tag später davon. Dann kann man davon ausgehen, dass deine Distanzierung nicht ernst gemeint war. Kann man immer. Ich kann jetzt auch davon ausgehen, dass jemand, der nur Dogwhistles bringt, aber nie was gesagt hat. Also man kann immer von vielen ausgehen. Ja, aber das Ding ist, der Unterschied ist, wenn du das jetzt gemacht hättest, du hättest diesen Tweet geschrieben, gehe ich dann in ein Gespräch, wenn ich über dich spreche und sage, du bist ein Nazi oder Neonazi, oder sage ich, hey, der hat auf Twitter das da geschrieben, deswegen ist er ein Neonazi oder denke ich, er ist ein Neonazi. Das heißt, es macht für dich einen Unterschied, ob ich die Zitate gleich mitbringe. Definitiv. Also wenn ich zum Beispiel jetzt sage, Hitler ist ein Nazi, wenn ich jetzt tatsächlich, ob unkontrovers ist, Hitler ist ein Nazi, ist es problematischer, als wenn ich sage, Hitler ist ein Nazi, weil er hat diese und diese Rede. Das ist definitiv natürlich nochmal, also in dem Fall definitiv Allgemeinwissen, denke ich mal. Das ist ja der, der den Nationalsozialismus, also der größte Akteur im Nationalsozialismus gewesen und das ist Allgemeinwissen bei ihm, so würde ich sagen. Das wissen die allermeisten. Aber ich habe kein Problem damit, wenn du jetzt zum Beispiel einem Fünfjährigen erklären solltest, warum das ein Nazi war, dann solltest du natürlich da irgendwelche Sachen, die er gesagt hat und getan hat, dazu sagen, wenn der keine Ahnung davon hat, was der gemacht hat. Macht es natürlich nicht schlechter, das macht es besser. Es macht es, aber ja, es macht es besser natürlich. Aber du würdest jetzt daran festhalten, dass du nur jemanden als Neonazi bezeichnen würdest, der wirklich Nazi Sachen sagt. Ich wäre damit ganz, ich wäre damit ganz, ganz vorsichtig, ja. Ich wäre damit sehr, sehr vorsichtig, weil man verwässert es. Okay, Verwässerung ist natürlich immer eine Gefahr. Würdest du sagen, dass auch, dass die Gefahr auch in die andere Richtung geht, dass wir Menschen zu viel durchgehen lassen? Nein, also ich bin da relativ, relativ weit bei der Unschuldsvermutung. Ich finde, wir sollten lieber, wir sollten lieber, selbst wenn wir jetzt so sagen, es kann dann passieren. Das ist ja ein anderes Konstrukt. Es geht darum, Unschuldsvermutung hat jetzt nicht den Wert, weil wir ewig nachsichtig sein wollen gegenüber Menschen, sondern weil wir Staatsgewalt, weil wir liberal denkende Menschen sind in einer liberalen Demokratie, möglichst minimieren wollen. Das ist ja was anderes jetzt, wenn wir darüber reden, wie sich eine Gesellschaft, das Verhalten selbst regelt und zentriert. Es geht mir darum, ich möchte lieber, angenommen, wir hätten jetzt zehn Menschen, davon sind fünf Neonazis oder Feiernazis, dann möchte ich lieber sicherstellen, dass ich nicht ein zu viel Nazi nenne, als ein zu wenig. Weil der Unschuldige sollte dann keine Strafe bekommen. Nur für die Chance, dass mal ein Schuldiger mehr tatsächlich die Konsequenz bekommt. Nicht im Sinne von Gesetze, sondern im Sinne von gesellschaftlicher Auswirkung. Nein, ich denke auch, dass du da recht hast und ich würde das genauso machen. Also jetzt eine Person in der Öffentlichkeit, ja, muss man vorsichtig sein. Also es ist immer noch was anderes jetzt, wie man sagt zum Beispiel, ich sehe es jetzt als weniger problematisch, wenn ein Satiriker sagt, ja, das sind Nazis, als wenn das jetzt ein anderer Politiker über jemanden sagt. Ja, das Problem ist, das vermischt sich ja. Also so von der Rolle Böhmermann und so, das ist ja jetzt nicht so ein Satiriker im Sinne von, der bringt nur Jokes, sondern das meiste, was er sagt, ist ja ernst gemeint, so lange, bis er sich eben zu weit aus dem Fenster lehnt und dann ist es auf einmal ein Joke. Das ist ja oftmals so. Nein, nein, so funktioniert Satire nicht. Satire ist immer, wie soll ich sagen, auch ein Joke kann ja ernst gemeint sein. Zum Beispiel jetzt, es gibt viele, es gibt auch problematische Linke, es gibt Linke, die so halt Jokes über Stalin machen, die aber Stalin feiern. Also es gibt nicht viele, aber manche. Genauso gibt es das mit, gibt es halt Nazi-Witze, die halt sagen, ja, hätten wir mal mehr schlimme Dinge gemacht. Ist aber auch schon echt schwierig. Nein, 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 aber das ist, ich möchte den Punkt machen, das ist ein Witz, der trotzdem ernst gemeint ist, der trotzdem eine Nachricht ist. Das ist aber schwer zu erkennen. Jetzt muss man darüber diskutieren, ob die Nachricht, nein, 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 ein Witz hat immer, wie soll ich sagen, ich mache hier nicht einfach so einen Witz, vor allem nicht, wenn ich Satire mache. Satire ist ja explizit politisch. Nee, nee, worum geht es? Also zum Beispiel, ich habe mal, ich habe auf Twitter oder schon öfters im Stream den Witz gebracht, wie lost Männer sein können, die glauben, dass Frauen in die Küche gehören, weil von da aus können sie ja nicht den Rest vom Haus putzen. So, da wäre die Message, die du darin jetzt erkennst, wahrscheinlich frauenfeindlich. Ich muss sagen, ich bin, was Humor angeht, sehr liberal. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, ja, vielleicht. Eigentlich spiele ich fast nur mit der Erwartungshaltung, dass jetzt etwas, etwas Progressives, etwas Feministisches kommt und mache die dann kaputt. Aber es geht nicht wirklich darum, dass ich da dahinter stehe. Und das hat eigentlich nur was mit Erwartungshaltung zu tun, was den Witz ausmacht. Und ja, der Witz ist jetzt, kann man nicht lustig finden. Natürlich ist es jetzt nicht der Humor des Jahrtausends, aber man kann nicht prinzipiell mal erkennen daran, dass das quasi die Message ist, dass es irgendwas feindlich ist. Darum geht es einfach. Ja, jetzt hat halt Satire eben die Eigenheit, dass es explizit politisch ist. Und ich würde mich jetzt nicht darüber streiten, ob der Witz, ob die Witze von Böhmermann irgendwie eine zweite Bein haben, als würde sich dahinter verstecken. Ich würde das gar nicht so sehen. Ich würde einfach sagen, ja klar, Satire ist Humor mit einem politischen Anstrengen, also mit dem Sinn, auch politisch aufzuklären und kritisches Denken zu fördern. Das ist auch eine Grundfunktion von Satire. Und dann lass uns doch nicht darüber diskutieren, ob das irgendwie eine politische Bedeutung hat. Das ist ja klar. Lass uns darüber reden, ob er recht hat. Also deswegen verstehe ich das nicht. Man kann Böhmermann scheiße finden. Du verstehst, dass man nicht prinzipiell erkennen kann, ob ein Witz die Message, die man quasi ironisch rüberbringen will, genau das Gegenteil oder sich einfach nur über ein gesamtes Konstrukt lustig machen möchte. Darum geht es mir. Das kann man nie wissen. Das kann man nur erschließen, wenn man halt die Person kennt. Schon klar. Aber wie sind wir jetzt darauf gekommen? Egal. Genau, die Frage ist eigentlich, ab wann kann man erkennen, dass denn ein Witz, dass denn ein Witz zum Beispiel irgendwas feindlich ist zum Beispiel. Es gab ja diesen Witz da mit, ich weiß nicht, wie hieß der Typ noch gleich, der den gebracht hat. Da hat man sich ja auch viel drum gestritten. Ich fand den jetzt auch nicht lustig, wo es irgendwie darum ging, dass man sagte, die Nazis haben so viele Juden umgebracht, aber die haben auch so und so viele, ich weiß es nicht mehr, Sinti und Roma umgebracht und dann war die Pointe vom Witz, dass er gesagt hat, weil niemand über die positiven Sachen sprechen möchte, fand ich auch nicht lustig. Aber hier war ja auch nicht der Gedanke von dem Witz, ja man findet jetzt gut, dass die Sinti und Romas umgebracht haben, sondern eigentlich nur, man spielt mit einer Erwartungshaltung, die man dann zerstört. Und dieser Schockmoment ist das Witzige. Ja klar, also das verstehe ich auch. Jimmy Carr, genau. Ich bin wirklich kein, ich mag auch Jimmy Carr sehr, ich bin wirklich kein Fan von Humorpolicing, nur da muss man halt, wie gesagt, Kontext matters, ganz wichtig, ist halt was anderes, wenn das jetzt Jimmy Carr macht, der ein hauptberuflicher Kabarettist ist, oder ob das jetzt, weiß ich nicht, ein Schlomo macht, oder ob das ein, Ja, schon. Entschuldigung. Jimmy Carr hat natürlich eine andere Rolle, als Schlomo. Also wenn jetzt, wenn jetzt Schlomo so einen Witz macht, dann verstehst du, warum ich da weniger nachsichtig bin, als wenn Jimmy Carr. Ja, definitiv. Auf einer Bühne. Gesamtkontext kann schon entscheidend sein. Ist immer entscheidend. Gesamtkontext ist entscheidend, ob ich jetzt dir diesen Witz als frauenfeindlich auslege, oder nicht. Das kann ich ja nur im Kontext festmachen, wie du gesagt hast. Also ich habe den beide hundertprozentig frauenfeindlich gemeint. Nein, das habe ich schon verstanden, dass das ein Joke war, nur wir können das halt nur, das kann erstens einmal nur aufgrund von Goodwill geschehen und halt mit Kontextbetrachtung. Ja, aber die Frage ist halt, bei wem, also du kannst ja nicht immer bei jedem den Gesamtkontext berücksichtigen. Nein, aber das kann man ja auch nicht sagen. Ich weiß nicht, du bist politisch wahrscheinlich sehr links eingestellt oder recht links eingestellt. Ja. Ich bin zum Beispiel nicht so links eingestellt. Das heißt aber nicht, dass wenn ich jetzt irgendwie so einen Joke bringen würde, dass ich automatisch frauenfeindlich bin oder Nazis feiern jetzt, den anderen willst, würde ich nicht bringen hier im Stream logischerweise. Ich bin halt ein bisschen rechter als du so gesehen, aber das heißt ja nicht, dass ich, wenn ich den bringe, ich eher einen Nazi-Gedanken im Hinterkopf habe. Weißt du, was ich meine? Das habe ich ja auch nicht gesagt. Es ist ja jetzt, wie gesagt, von, ich nehme mal an, du siehst dich in der Mitte, ungefähr. Es ist ja ein Unterschied, ob jetzt jemand, der das weiter rechts von mir macht, ob der in der, weiß ich nicht, in der relativ okayen Mitte sitzt oder ein Nazi ist. Also das ist ja auch Teil vom Kontext. Aber ich würde sagen, ich weiß jetzt nicht, ob dich jemand für diesen Joke beschuldigt hat, rechts zu sein. Wenn ja, dann ist das natürlich, okay. Also da sieht man ja schon, auch wenn die Linken alles wegcanceln, doch nicht alles. Zuletzt kam gestern jemand in meinen Chat und meinte, weil ich in meinem letzten Video ein transfeindliches Wort verurteilt habe und das Wort ausgesprochen habe, statt T-Wort zu sagen, hätte ich das jetzt falsch gemacht. Das war so das, was ich zuletzt in Richtung auswoge. Ja, da kommt es drauf an, wen man findet. Ich habe auch das T-Wort ausgesprochen, einmal aus Versehen passiert. Du hast dich dann dafür entschuldigt, weil du es verurteilt hast oder wieso? Nein, ich habe dann gesagt, oh Entschuldigung, ich wollte es nicht sagen und dann war es eigentlich kein Problem. Aber hast du es ausgesprochen im Sinne von das sollte man nicht sagen oder im Sinne von du hast über Transpersonen geredet und hast dann... nein, nein, ich habe gesagt, das sollte man nicht sagen. Ich habe gesagt, und ja, und da wird halt diskriminiert, da wird zum Beispiel das Wort verwendet und da habe ich das Wort gedroppt und da habe ich gesagt, oh Entschuldigung, ich hätte es nicht... Warum? Aber warum hättest du es nicht sagen dürfen? Ja, weil es ein verletzendes Wort ist. Warum soll man das Wort... Warum soll man das N-Wort nicht sagen? Ganz einfach. Bringt das jetzt jemanden um, aber es ist irgendwie... Ich bin schon relativ richtig. Es ist gesellschaftlich nicht akzeptiert. Beim N-Wort mache ich das aber auch nur nicht aus dem Grund, dass wenn ich das machen würde, ich nur noch mich dafür rechtfertigen müsste, warum ich das komplett ausspreche und unter Umständen auch von Twitch gebannt werde und nicht mehr zu meinen eigentlichen Thesen, was das angeht. Also ich hätte absolut kein Problem damit, das Wort zu zitieren vollständig, wenn ich es in dem Moment verurteile und richtig einordne. Aber du würdest es jetzt nicht verwenden? Also du würdest jetzt nicht einfach mal so reden? Nein, ich würde jetzt nicht... Ich würde dich in den Schwarzen sehen und sagen, guck mal ein N. Nein, würde ich nicht machen. Bin ich nicht dabei. Okay. Nein, aber ich finde halt... Schau her. Was ich mir bei solchen Dingen denke, ich finde jetzt, wie gesagt, da ist jetzt nicht die Welt und so gegangen, es hat sich keiner beschwert, dass es irgendwie persönlich verletzt hat. Es war sogar besser, dass ich das Wort komplett ausgesprochen habe. Nein, das sehe ich nicht. Ich rede jetzt mal für mich. Der Grund, warum ich... Erstens einmal ist das, weil ich nicht gecancelt werden will. Das ist der eine Grund. Aber jetzt der ehrliche Grund ist, dass ich kann viele Dinge sagen. Ich kann mich zum Beispiel auch als Sie ansprechen. Das hindert mich ja nichts. Oder als, weiß ich nicht, irgendwie ein Sino-Gender. Aber der Punkt, warum man Dinge sagt oder nicht sagt, ist ja, weil man auch höflich sein will. Und es tut mir jetzt nicht weh, wenn ich das T-Wort nicht aussprechen darf. Oder nicht aussprechen kann. In dem Fall hat mein Video, keine Ahnung, ich schätze mal, mit allen Reactions so 30.000 Leute erreicht. Oder 20.000. So. Die haben alle verstanden, dass man es nicht sagen sollte und auch gewusst, welches Wort ich meine. Hätte ich denen irgendwas von T-Wort gesagt, hätten die nicht gewusst, welches Wort ich meine. Ganz einfach. Ich weiß gerade gar nicht, welches du meinst. Meinst du die deutsche Version oder die englische? Ich meine das Wort Transe. Das Wort meine ich. Ah, okay. Ich glaube, das ist ein... Chat, weiß jemand, ob das genauso schlimm ist wie die englische Version davon? Egal. Danke. Übrigens, nur für dich. In meinem Chat habe ich jetzt zwei Stunden drüber geredet. Ich bin krank. Deswegen stopfe ich mir den Mund mit Getränken voll, dass ich nicht zu schlimm muss. Gute Besserung. Ja. Das machst du jetzt natürlich nur, dass du gut aussiehst. Aber danke. Aber kommen wir jetzt zurück, nur um das zusammenzufassen. Also wenn jetzt jemand... Die Grenze für dich, jemanden Neonazi zu nennen ist, dass der Neonazi den gesagt hat, wie eben den Slogan, den ich gesagt habe, und sich davon dann nicht glaubhaft distanziert. Ja, das ist es. Also das ist eine subjektive Bewertung, mit der ich ganz, ganz vorsichtig wäre. Okay. Jetzt hast du ja... Du weißt ja, was Dog Whistles sind. Und du kennst ja auch die Strategie, die hinter Dog Whistles steht. Also man möchte damit seine Sprache und seine Weltanschauung immer noch verbreiten, aber in Art und Weisen, die nicht so gesellschaftlich sanktioniert sind. Man kann jetzt nicht einfach den Hitlergruß machen, aber man kann... Es gibt äquivalente... Ja, oder es gibt ja auch hier verschiedene Grüße, die quasi das Gleiche ausdrücken sollen. Ja, klar. Wenn du weißt, dass ein zentraler Punkt von der Neonazi-Strategie ist, zu lügen, wieso machst du dann das tatsächlich fest, ob du jetzt jemanden als das benennen kannst, was er ist, ob er das macht, was keiner von dieser Gruppe macht? Also wieso wählst du das Kriterium so restriktiv, dass eigentlich keiner es erfüllt? Weil ich auf keinen Fall Unschuldige beschuldigen möchte. Die Sache ist halt... Wie wahrscheinlich ist das? Also fangen wir mit einem Extrembeispiel an. Bernd, eigentlich Björn Hocke. Ja. So offensichtlich ein Faschist, wie er kommt in der Politik. Der alles sagt, außer... Haha. Also ich würde sagen, ich habe von ihm noch nicht genug gehört, um ihn selber als Nazi zu bezeichnen oder Neonazi. Ich würde aber auch nicht jedem prinzipiell widersprechen, der ihn so nennt. Ich müsste dazu noch mich mehr zu ihm beschäftigen. Ich würde niemandem widersprechen, der ihn so nennt prinzipiell mal. Aber ich hätte es eigentlich sehr gerne gehört, wo er eben die Säulen des Nationalsozialismus alle bedient. Also er muss alle bedienen. Ich möchte nur... Oder die Säulen, nicht alle. Oder zumindest mehrere der Säulen. wo man das halt eben rauserkennen kann. Jetzt ist halt schon so, es ist gut dokumentiert, dass das Programm, zumindest vom Flügel, das jetzt dominant ist, im Großteil der AfD, ein völkisch-nationalistisches ist. Das ist in der Liter... Also ich studiere Politikwissenschaft. Das ist in der Literatur de facto... wird das akzeptiert. Ob man jetzt sagen kann, dass das schon ausreicht für den Vorwurf einer an den Nationalsozialismus angelehnten Partei oder nicht. Darüber gibt es Diskussion. Aber dass das völkisch-nationalistisches ist, ist gegeben. Das heißt, wir haben schon einmal eine sehr, sehr große Säule erfüllt. Eine zweite große Säule wäre das Anti-Eliten-Denken, so dass man sagt, eigentlich agieren unsere Eliten, unsere Regierung oder so, im Interesse von Ausländern. Wir sind eigentlich... Zum Beispiel in den Ukraine-Narrativen. Wir sind eigentlich nur Marionetten von den USA. Wir sind eigentlich nur da, um deren geostrategische Pläne zu erfüllen. Eigentlich geht es für uns um gar nichts, sondern wir lassen uns jetzt instrumentalisieren vom Westen, also von der NATO und so. Also wir haben auch so ein Verschwörungs-Narrativ von wegen Eliten, die von außen die Regierung manipulieren. Also wenn ich das... Ich kann jetzt noch aufführen. Wenn wir das jetzt durchexerzieren und das dann noch mit Zitaten kombinieren, das ist ein relativ... Das musst du mir tatsächlich... Also ja, also dieses... Wenn du mir das alles gibst und wenn ich mich dazu informiere, werde ich vielleicht auch zum Schluss kommen. Es gab ja auch tatsächlich ein Gerichtsurteil, dass man ihn als Faschisten bezeichnen darf, soweit ich weiß. Es war nicht Nazi, sondern Faschist. Ja, also ich... Schritt ist kein weiter. Bitte? Also ich kann dir vielleicht mal meine Definition von Nazi geben, wenn dir das hilft, zu verstehen, wo ich herkomme. Also ein Nazi ist ein Faschist mit Nazi-Charakteristiken. Dazu gehört eben... Also Antisemitismus ist ein wichtiges. Hat er das erfüllt? Also ich habe da... Da bin ich nicht tief genug drin bei ihm. Puh... Ähm... Die Sache ist halt... Ja. Aber... Es ist immer Interpretationssache. Die Nazis... Also Neonazis haben ja auch daraus gelernt, dass sie nicht von Juden reden, sondern sie reden von Globalisten, sie reden von Finanzkapital, sie reden von der Finanzelite, sie reden von... Von Washington Consensus in manchen Dingen, sie reden von George Soros, sie individualisieren... Sie sagen nicht Juden. Ja, 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 natürlich. Man kann immer sagen, dass George Soros schlechte Dinge macht. Aber ich kann jetzt nicht belegen, dass der damit Juden meint. Nur wenn es halt einen Pattern gibt, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich bin... Ich verstehe, was du meinst. Ich möchte prinzipiell auch so wenig Leuten wie möglich unterstellen, dass sie so böse Ansichten haben und dass sie immer meinen, dass Juden sind, wenn sie von Nationalisten sprechen oder von Eliten. Aber an einem gewissen Punkt, gerade wenn man dann in Richtung Israel geht, wenn man da Israel immer wieder erwähnt, dann verstehe ich schon, dass man irgendwann zu dem Schluss kommen kann. Aber ich bin damit halt sehr, sehr vorsichtig. Na ja, schau her. Also, und man muss ja sagen, viel von dem, was Höcke macht, ist Spiel mit Sprache. Er ist ja Geschichtslehrer, wie du sicherlich zu... oft genug gehört hast. Er weiß, wie die Nazis gesprochen haben. Er spricht davon, dass er für Magdeburg und Deutschland eine tausendjährige Vergangenheit haben will und eine tausendjährige Zukunft. Tausendjähriges Reich. Die Altparteien sind inhaltlich entartet. Also, bitte. Ja, entartet kann natürlich... Er spricht von angestammten Zähnungs- und Lebensräumen. Er spricht von... Ja. ...vom Volkstod, vom Bevölkerungsaustausch. Er spricht davon, dass Deutschland nicht die Weltkriege angefangen hat, sondern dass das von außen inszeniert wurde. Also, ich kann ja die Zitate alle schicken. Und er spricht auch von der Zinsknechtschaft, von einem zinsverursachten Wachstumszwang und Zinsgeldsystem. Zinskritik ist manchmal legitim, aber in den meisten Fällen halt Antisemitismus einfach nur verwirtschaftlicht. Er spricht von einer Remigration. Also, jetzt ganz kurz... ...das ist eine erhoffte... Also, ich möchte nur sagen, ich kann nicht damit überhäufen. Ich habe nur Sorge, wenn man nicht bereit ist, einmal beim offensichtlichsten Beispiel zu sagen, er ist Nazi. Ich möchte eben, solange ich noch nicht diese Information habe, und ich denke, das wirst du deinen Chat auch verstehen, solange ich mich da noch nicht informiert habe, nicht einfach sagen, ja, ist so. Weil ich bin dann halt bei... Ja, klar. ...möglich. Ich persönlich weiß es nicht genau, aber ich möchte jetzt auch nicht Nein sagen. Du verstehst, was ich meine. Ich denke, da sind auch alle einer Meinung, weil damit kann man ja auch verbessern. Ja, voll. Ähm... Eine Sache war hier gerade sowas wie entartet. Ähm... Mhm. Soll ich dir... Warum das problematisch ist? Ja, das finde ich... Also, ich finde, entartet kann man in sehr vielen Kontexten... Also, ich verstehe, dass man das bei Höcke kritischer aufnimmt, klar. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, entartet, dann... Nein, es geht um was sehr Spezifisches. Also, es gab in Nazi-Deutschland das Museum für entartete Kunst. Das war degenerierte Kunst, das war jüdische Kunst, das war minderwertige Kunst, das war Kunst, die von oftmals queeren Menschen... Das war einfach... Das war Kunst für minderwertige Menschen und von minder... Das war einfach... Wie soll ich sagen? Das hat... Es gibt normale Menschen und dann gibt es die Abartigen. So. Oder nicht die Abartigen, die Entarteten. Habe ich Abartig gesagt? Nein, entartete Kunst. Das heißt, das hat einen sehr spezifischen Begriff. Es geht auch irgendwie von der Idee aus... Von dem Biologismus, der auch irgendwie kritisch... Aber das ist esoterisch. Der Punkt ist, es ist eindeutig ein historisch belasteter Begriff. Er weiß das, er spielt damit. Und wie soll ich das interpretieren? Jemand, der genau weiß, dass er Nazi-Sprache verwendet, das immer und immer wieder tut, Also ich... Wie gesagt, bei Höcke, da gab es ja auch das Gerichtsurteil zu den Faschisten und so weiter. Ich persönlich müsste mich mehr informieren, damit ich ihn auch so nenne. Aber auf jeden Fall sagt er Sachen, die ja abseits der... Abseits der demokratischen Grundordnung sind, freilich demokratischen Grundordnung. Ich finde, seine politischen Meinungen lehne ich in großen Teilen ab. Da bin ich dabei und so weiter. Also das ist eben... Ja, also ich finde, da kann man schon auf jeden Fall darüber reden. Müsste ich mich jetzt aber informieren. Ich würde dir jetzt nicht prinzipiell widersprechen. Alles klar. Jetzt ist nur für mich Folgendes, dass ich finde, dass das alles Riesenthemen sind und du bist ja auch jetzt mit Leuten in Kontakt aus dieser Bubble. Ich komme nicht mit Kontakt, ich habe kein Problem, wenn man in irgendeinem Podcast sitzt und mit Leuten redet, auf gar keinen Fall. Also ich will jetzt nicht sagen, du hast mit denen geredet, jetzt bist du Nazi. Ah, mit wem habe ich geredet, der schlimm war? Nur wenn du... Naja, du warst bei dieser Geburtstagsparty von diesem Realtalk ist sass. Ja. Und da waren ein paar Leute dabei, die ich sehr kritisch sehen würde. Also sagen wir mal so, bei der Geburtstagsparty, ich habe nur mit Realtalk ist sass geredet, da war auch Schlomo vorher zu Gast. Ich habe da vorher hingerailt, ich habe gesagt, ich identifiziere mich nicht mit allen Gästen, ich identifiziere mich nicht mit allem, was sie sagen, aber ich finde, sie sind Leute, die stehen auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die sind in einem politisch-demokratischen Rahmen und mit denen kann ich mich vernünftig verhalten, waren immer nett zu mir, warum soll ich da nicht in Raid und warum soll ich nicht mit denen ihr Jubiläum feiern? Schlomo wurde wegen Volksverhetzung rechtskräftig verurteilt. Ja, aber das heißt ja nicht, dass man nicht mit ihm reden soll, das heißt vor allem nicht, dass ich nicht mehr mit Realtalk ist sass reden soll. Nein, aber er ist nicht am Boden der Freie... Also er hat das ja auch nicht widerrufen. Ich habe von Realtalk ist sass geredet. ...Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ich habe ja von Realtalk ist sass geredet. Achso, aber du hast ja auch gesagt, dass die Gäste sich dort auf dem Boden... Nein, nein. Hast du das nicht... Ich meinte damit die Realtalk ist sass. Wenn ich es falsch ausgedrückt habe, sorry, aber ich meinte damit Realtalk ist sass. Ja. Hm? Die... Und jetzt halt für mich die Sache, wenn du auf so einen Podcast gehst, der... Schlomo würde ich als Nazi bezeichnen, es tut mir leid, der redet von Kulturmarxismus, er hat Videos, also er hat auf all seinen alten Videos im Hintergrund verbrennten Koran, er spricht von Umvolkung, er spricht von Volkstod, er spricht von einem weißen Genozid. Mit Schlomo habe ich mich nicht beschäftigt. Er spricht von Globo Homo. Er spricht von Globo Homo. Hm. Für mich ist es halt schwierig, nochmal, das ist... Realtalk ist sass, der hat viele von diesen Leuten. Also mit Schlomo würde ich... Mit Schlomo würde ich nur privat reden. Mit Schlomo würde ich privat tatsächlich gerne reden, wenn du auf so einer Plattform bist und ihn nicht fragst, nee, was soll das eigentlich? Also ich bin dir dankbar, dass du mich hier hast, aber denkst du nicht, dass einen Schlomo hier zu haben, der zumindest ein Faschist ist, Kulturmarxismus geht schon in Richtung jüdische Weltverschwörung, hast du sie noch? Also das geht ja nicht, dass du mit denen da... Ganz einfache Frage an der Stelle. ...dass du mit denen da jetzt ein freundschaftliches Gespräch führst, als Realtalk ist sass. Wenn ich Realtalk ist sass, wenn die mich fragen, ob ich zu ihrer Geburtstagsfeier kommen möchte, als Person, die ziemlich mittig politisch steht, mit Menschen, die Demokraten sind, vernünftig reden kann und auch einfach mit, einfach, sagen wir, ganz ein entspanntes Gespräch führen kann, was hätte ich davon, wenn ich denen jetzt sage, nein, ihr habt, also wir haben gesagt, wir diskutieren nicht, wir machen einen entspannten Talk. Was hätte ich davon? Wenn ich jetzt sage, ich rede nicht mit denen, weil die mit anderen geredet haben, wozu würde das führen? Das meine ich nicht. Das will ich nicht. Das ist nicht mein Argument. Mein Argument ist, dass du sagst, hey, ich danke euch, dass ich hier sprechen darf. Ich bin noch neu hier. Es ist schön, dass ihr mit mir reden wollt. Aber ich finde, dass die Dinge, die manche Leute hier sagen, nicht in Ordnung sind. Nicht nur, dass ich mich davon distanziere, ich denke, davon solltest du auch du dich distanzieren. Ich weiß nicht alles, ich weiß nicht, was da gesagt wurde. Ja, ich habe jetzt auch nicht die acht Stunden geschaut, aber man kann sich denken, was da mitunter gesagt wurde. Da wurde jetzt nicht irgendwie der Holocaust geleugnet oder so. Alles, was ich bis jetzt von Retalk Istas gehört habe, war recht vernünftig. Mit Schlummer habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Okay, also Also nicht vernünftig im Sinne von, dass ich hinter allem stehe, sondern ich kann alles noch, ich kann alles noch im Rahmen der Demokratie verurten, was die so gesagt haben. Selber. Also ich habe, ja. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Jetzt ist halt dann folgendes, dass du sagst für dich selber, also nicht für dich selber, ich glaube dir das auch voll, dass du für Transrechte und für die Rechte von Homosexuellen und anderen mit Erfolg. Ja. Da sitzen Leute, die dagegen sind. Freundlich gesagt. Würdest du auch sagen, dass die Leute da dagegen sind. Boris von Morgenstein hält sehr wenig von Möglich. Von queeren Rechten. Ein Schlummer hält davon sehr wenig. Ein Schweigefugst. Also wie gesagt, weiß ich nicht, das sagst du mir jetzt, kann gut sein, dass du es belegen kannst. Schick dir gerne die Sachen, die ich gefunden habe. Weil es ist mir wichtig, wenn ich da jetzt Leute ankacke, dann habe ich dazu meine Receipts. Das ist sehr gut. Das sind Menschen, die komplett gegen das sind, wofür du stehst. So, aber der Unterschied ist. Ich habe mir dann deine Zeit angeschaut, da kam da kam keine Kritik. Das finde ich schwierig. Weil wir vorher ausgeben, folgendes, sie haben mich eingeladen zu einem entspannten, ausgelassenen Talk an ihrem Jubiläumstag. So. Aber dann würde ich das tatsächlich nicht annehmen. Ich kann nicht, ich kann nicht auf eine Runde gehen, wo lauter Menschen, lauter Eis Dinge sagen, unter der Bedingung, dass ich absolut menschenfeindliche Dinge nicht kritisieren kann. Erstens mal, ich persönlich habe das nicht gehört. So. Andere Sache, wenn ich jetzt sage, nein, zu eurem Geburtstagstalk komme ich nicht. Ich kann mit euch nicht entspannt da hingehen und einfach mit euch wie zwei ganz normale Menschen reden, einfach ein bisschen über YouTube, Twitch, Staff, so ganz entspannten Talk führen. wozu würde das führen? Das würde ja dazu führen, dass ich sage, als Mensch, die im demokratischen Bereich definitiv stattfindet, ich spreche mit euch nicht auf entspannt und erzeuge damit letztendlich, dass wir als Demokraten diese Leute ausschließen und die nur noch was mit Leuten machen, die wir jetzt als, oder die du jetzt als nicht demokratisch bezeichnest. Also drücke ich die ja damit komplett zu denen. Ich weiß nicht, ob du die mehr drückst, als die eh schon selber gehen. Naja, aber wenn ich mit denen rede, dann... Es gibt den Casper Cast, es gibt das Real Talk, ist das, es gibt so viele Plattformen, wo die nur mit, also die sind schon, du schiebst die da jetzt nicht weg. Vor allem, ich finde jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass jede Form von Widerspruch nicht entspannt sein kann. Also, ich bin jetzt nicht, ich persönlich kann auch aus innerer Sicht sagen, ich bin jetzt nicht kurz davor, mit dir jetzt da, dich jetzt anzuschreien oder irgendwie unentspannt zu sein. Wir widersprechen uns doch relativ nicht mehr. Also, du könntest ja sagen, reingehen und sagen, hey, danke für die Einladung, ich möchte mit euch entspannt reden, nur ich muss sagen, dass viele von den Dingen, die hier gesagt werden, nicht okay sind. Ich habe vor meinem Raid noch gesagt, ich kann mich, ich habe von Schlomo, habe ich einmal ein ganz klein bisschen was mitbekommen, damit konnte ich mich nicht identifizieren damals. Du musst es bei ihnen sagen, bei ihnen, auf ihrer Plattform. Das ist, nein, damit du dort signalisierst, dass du nicht ein Teil von ihnen bist, dass du nicht ein Teil von Schlomo bist. Wenn die entspannte Gespräche, Good Faith, nur mit Leuten aus dieser Bubble reden können, dann schließen wir solche Leute, die jetzt mit beiden reden, ja aus dem demokratischen Bereich aus, weil sie auch mit anderen reden. Nicht im Sinne von, ich spreche gar nicht mehr mit denen, sondern ich spreche nicht unkritisch mit denen. Also der eins, jetzt ist halt die, also ich könnte auch mit, mit einem Dekadent würde ich entspannt sprechen können, einfach so privat. Wir reden dann halt nicht über Politik, wir reden jetzt nicht darüber, dass er hier zu Wahlbetrug aufgerufen hat und das ist ja, würde ich mal denken, sehr viel extremer. Dekadent hat unser, hat zu Wahlbetrug aufgerufen und trotzdem könnte ich mit ihm normal reden. So. Ich habe die Wahlbetrugs-Sache nicht, damit ich es richtig im Kopf habe, war das einfach so, dass er so, wie er in Rage war, so gesagt hat, ja, wenn ihr Pollwork, also wenn ihr halt bei so einer Auszählungsding sein und ihr seht AfD-Stimmen, schweiß die weg. War das so irgendwie in dem Sinne, der Joke? Nein, nein, war kein Joke. Und das ist halt auch die selektive Wahrnehmung. Was? Also ich würde sagen, ich hätte es als Joke gelesen und halt tatsächlich als ja, also ein Dekadent ist sehr viel extremer, kann ich dir sagen, als, als Retalk ist das. In meiner Wahrnehmung. Ist mir wurscht. So. Es geht, es geht ja nicht darum, ob jemand extrem ist oder moderat. Wenn ich Dekadent mich zu, wenn Dekadent mich zu seinem, zu einem, ähm, zu einem entspannten Talk an seinem Jubiläum eingeladen hätte, wo man einfach nur ein bisschen über Streaming-Zeug redet, ich wäre da auch hingekommen und ich wäre da auch nicht großkritisch reingekommen. Gegen ihn persönlich habe ich mittlerweile ein bisschen was, weil er mich nicht ganz fair behandelt, aber ich hätte das gemacht. Mhm. Aber denke ich, da ist schon der Fehler. Also natürlich sage ich als Person, die eher links ist, dass links und rechts nicht gleich sind, aber es ist halt wirklich, schau her, wofür stehen Linke und wofür stehen Rechte? Das ist halt ein qualitativer Unterschied. Selbst in der Idealform, also in der extremsten Form. Findest du wirklich, dass ein Anarchist, der jetzt irgendwie hofft, dass er, dass wir in der Welt leben ohne Grenzen, dass wir alle uns selber helfen, und dass wir nichts ausgebreitet, dass das eine genauso schlimme Utopie ist, wie was jetzt ein Faschist will oder ein, ist das, ist das für dich gleichwertig? Ich bin grundsätzlich kein Fan von zweckheilig die Mitte, also in vielen Fällen nicht. Ich rede auch nicht davon, ich rede nur sagen, dass es das Unterschiede ist. Es geht eher darum, dass beide jetzt zum Beispiel zu Straftaten aufrufen. Also wenn der Anarchist sagt, wenn der Anarchist sagt, man soll Verbrechen begehen, man soll gegen das Kapital, wer sagt, wenn jetzt, wir reden jetzt von einem, wer sowas sagt. Wenn das ein Anarchist macht, dann ist das das, was ich verurteile. Verstehst du das? Weißt du, was ich meine? Ja, jetzt ist nur halt der Unterschied, dass das, was Anarchisten machen, zu nichts führt. Erstens, weil es wenig Anarchisten gibt. Aber das, was Rechtsextreme sagen und tun, das mündet in Gewalt. Also in Redkreis. Das weißt du ja selber am besten. Ja, worum geht es? Also ich finde halt, wenn beide irgendwie zu Straftaten aufrufen, finde ich, dass beide Straftaten leicht zu bewerten sind. Also ich meine, und wenn jetzt, wenn jetzt, ich finde, ich finde, so guck mal, wenn ein Seth, wenn ein Seth Van Doom irgendwie hier so seine Führerfantasien äußert, finde ich das nicht automatisch okay, weil er ja ein sogenannter Linker ist. Nein, ich auch nicht. Also da ist mir auch sehr wichtig, also ich, wie gesagt, bin Anarchist, ich mag jetzt auch nicht alle Linken extrem, also die sich selber. Ich würde sagen, dass jemand, der einen staatlichen Kommunismus, also so einen Realsozialismus, der kann gar nicht links sein, aber wie gesagt, jetzt in dieser idealisierten Form, erstens einmal, ich würde das wirklich kritisieren, weil, also nicht kritisieren, ich würde das in Frage stellen, dass es irgendeinen Anarchisten gibt, der sagt, okay, jetzt machen wir einmal als Leute, machen wir mal jetzt Gewalt gegen den Kapitalismus. Also, wenn du einen anarchistischen Streamer findest, der sagt, ja, der Weg in den Anarchismus ist, dass wir jetzt Polizeiautos kaputt machen, die gibt es leider Gottes. Ich mag die Antifa auch nicht, nicht in allem, was sie ist, aber ja. Aber das ist ja trotzdem noch von der Qualität her ein Schaden, der verursacht wird, was ganz anderes, als jetzt die ganzen Rechtsextremen. Also, wie gesagt, es geht dann um die Tat an sich. Wenn der Rechtsextreme sagt, er will Polizeiautos kaputt machen, verurteile ich das genau gleich, wie wenn das der Anarchist sagt. Ja. Okay, prinzipiell, oder gibt es da auch? Also zum Beispiel, wenn der jetzt ein Auto, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt wirklich durch gottgegebene Weisung genau weiß, dass dieses Auto verwendet wird, und ein Polizist hat einen Wutanfall und fährt einfach mal in die Gruppe von Klimademonstranten rein und verletzt ein paar Leute. Ja. Wenn ich das durchgegebene Weisheit das funktioniert nicht. Und ich mach das auch so kaputt. Ja, das funktioniert nicht. Nein, aber ist es dann okay? Ist es dann okay? Also lässt sich da irgendwie Nuance zu? So, folgendes. Dann sind wir halt in einem Bereich, wo reaktive und aktive Gewalt nicht mehr voneinander zu trennen sind. In einem Bereich, in dem du die Zukunft vorhersagen kannst, kannst du das nicht mehr voneinander trennen, wirklich. Wenn du zurückreißen könntest und Hitler als Kind umbringen könntest, dann wäre ich wahrscheinlich aus meiner Sicht prinzipiell dabei. Oder so. Aber das Ding ist, das existiert in der Realität nicht. Einfach ein kategorisches Ding hat. Kategorisch finde ich, finde ich, in dem Fall, dass du die Zukunft vorher sagen könntest, das in Ordnung, ja. Jetzt ist nur meine Frage. Manchmal beinhaltet die Verbesserung von Gesellschaft Gewalt. Nicht immer. Und auch nicht immer ist diese Gewalt legitim. Also zum Beispiel, was jetzt die, was die Jakobiner gemacht haben, wie sie dann die Französische Revolution gewonnen haben und dann alle geköpft haben. War nicht. Das war nicht, das war Gewalt, aber das war nicht gut. Das war, das hätte man besser lösen können. Definitiv. Das war notwendig und war gut. Also es gibt natürlich Bereiche, in denen man da hätte, also es gibt natürlich Vorteile und es gibt natürlich Wege, wie man damit besser umgehen kann. Also sicherlich, in allen Revolutionen werden Fehler begangen. Aber mal so ganz prinzipiell, in einem System, das ja eigentlich funktioniert, würde ich nicht einfach nur einem... Würde ich schon abstreiten. Was? Dass es unser System funktioniert? Ja. Also in vielerlei Hinsicht nicht. Also es ist Fehler, ja. Große Machtsymmetrie in allen schon aus demokratischer Natur. Also sagen wir mal... Und das führt dazu, dass zum Beispiel, schau her, es gibt große empirische Studien in vielen westlichen Ländern, wo gefragt, und ich möchte jetzt nicht irgendwie so tun, dass wir alle vom Finanzkapital und von Juden kontrolliert werden, aber es ist nun mal so, dass Kapitalinteressen deutlich stärker vertreten sind als... Also Klimaschutz ist in allen Ländern der Welt... In allen westlichen Ländern der Welt eines der populärsten. Also es gibt eigentlich... Also frag jemanden, ob er will, dass das Klima kaputt wird und er sagt dir nein. Frag jemanden, findest du, dass unsere Regierung mehr machen sollte, um das Klima zu schützen? Sagen sie dir ja. In Österreich ist das so bei 70 bis 80 Prozent Approve. Ja, ja. Und jetzt schaut man sich an, wie repräsentiert, zum Beispiel jetzt, wie unterschiedliche Themen gewichtet sind in der Bevölkerung, wie repräsentiert das ist in Parteiprogrammen oder dann auch in Politiken. In einer Demokratie, wo, ich will jetzt nicht von denen, also wo die Interessen von den meisten Menschen nicht einmal im politischen Diskurs Anklang finden, das ist der Mechanismus, wie eine Demokratie funktioniert. Also worum... Wenn das nicht stattfindet, dann haben wir ein kaputtes System. Also worum geht es mir? Es ist halt so, dass ich nicht der Meinung bin, dass wir dem durchschnittlichen, einfach einer durchschnittlichen Person nicht erlauben sollten, Gewalt anzuwenden. Weil das eben nicht so einfach für jeden zu bewerten ist. Das kann die normale Person nicht. Gewalt sollte der Staat unter der Definition von Gerichten haben, unter den... unter den Aussagen von Gerichten, aber das sollte nicht jede Person einfach mal so haben. Und das Problem ist es natürlich... Das ist aber... Kann sein, dass diese Ansicht outdated ist. Also diese Ansicht wäre vor jeder Revolution, die wir gut fanden, wie jede bürgerliche Revolution eigentlich in Europa... Europa... Ja, das Problem ist nur, was ist denn, wenn... Also nicht diskutieren, nicht diskutieren, ob Gewalt gegen das System prinzipiell okay ist oder nicht, sondern sagen, ist das Ding, wo wir sozusagen hinwollen, ist das legitim und ist das... Ist es das wert, dass wir Gewalt gegen... Ja, aber Zweck heiligt nicht die Mitte. Das ist eine Frage, die wir diskutieren sollten. Zweck heiligt nur sehr selten die Mitte. Ja, genau, und deswegen sollten wir da auch sehr vorsichtig sein. Und es ist jetzt auch nicht so, dass random Gewalt einfach irgendetwas zuträglich ist. Das sagt ja auch keiner. Nur dieses... Nur die Ablehnung von jeglicher Form von... Auch... Es gibt ja nicht, dass du das jetzt sagst, aber das artet ja aus, dass man sagt, ja, auch ziviler Ungehorsam, wie jetzt die letzte Generation gemacht ist... Boah, du warst kurz davor, also... Du warst kurz davor, Entarte zu sagen. Wie? Nein, Spaß. Ich habe ausgeartet. Ja, ich weiß. Aber ja, cancel me. Cancel me. Also... Was heißt ziviler Ungehorsam? Ich glaube, in dem Fall kann man natürlich kann man sagen, die richten damit im Moment noch nicht viel Schaden an, aber potenziell führt das dazu, dass unschuldige Menschen sterben. Wann denn? Wenn Krankenwagen zum Beispiel nicht durchkommt. Also potenziell alles für... Nein, nein, recht wahrscheinlich. Man kann davon ausgehen, dass das früher oder später passieren wird. Wie viele Krankenwagen kommen wegen Frühverkehr... Also, wie soll ich jetzt sagen? Wir können bei allem das Haar in der Suppe finden. Ja, aber vielleicht ist ja... Ich bin jetzt kein Fan von der letzten Generation. Ich mag ihre Mittel nicht. Ich finde, das ist kontraproduktiv. Also nur, dass wir uns nicht falsch verstehen. Nur zu behaupten, dass das jetzt irgendwie schon zu viel wäre, für eine Demokratie auszuhalten, was manche tun und was jetzt irgendwie dieses Behaarren auf der Prozessualität. Das sehe ich halt, wenn man das prinzipiell hat, was du schon hast. Das Problem ist, ich glaube an den Rechtsstaat. Also, ich bin... Ja, ich auch. Ja, ja. Aber nicht immer. Und ich glaube, im Moment sollten wir nicht irgendwelchen politisch extrem stehenden Gruppen oder radikal stehenden Gruppen Gewalt in zu großem Maße erlauben. Also, es gibt natürlich so die kleinsten Formen, natürlich Demonstrationen. Absolut. Dafür haben wir ein Recht im Grundgesetz. Das Problem ist, versuch das einfach mal auf Rechte zu übertragen. Also, wenn die Rechten das Gleiche sagen würden, nur nach links. Wie meinst du, die Rechten nach links? Also, wenn die Rechten sagen würde, der Staat ist viel zu links, deswegen brauchen wir jetzt eine rechte Revolution. Das sagen sie ja auch. Das sagt keiner. Also, ich hab... Also, wer hat das gesagt? Wer hat gesagt, wir müssen jetzt... Wir müssen Linke umbringen, zum Beispiel. Oder, sagen wir... Rechtsbürger, zum Beispiel. Die haben ja wirklich eine Revolution gemacht. Ja, und da bin ich auch dabei, dass man die... Also, es ist albern, aber sie haben es versucht. Ja, ja, klar. Aber ich bin jetzt auf Twitch. Also, es wird schon mit so einer Sprache gehandhabt. Also, okay, sagen wir Extremismus... Also, wenn mir ein Rechter hier auf Twitch sagt, er möchte... Er möchte alle... Er trauert keinem Grün hinterher, zum Beispiel. Oder keinem linken Weder. Dann finde ich das sehr, sehr... sehr, sehr kritisch. Also, ich hätte da nicht wirklich Lust, mit dieser Person noch mal zu reden. Natürlich ist ein Grünen-Wähler nicht leicht zu setzen mit einem Nazi. Das kann man nicht spiegeln, so. Aber wenn man jetzt sagt, zum Beispiel ein Rechter sagt, ich möchte Linksextremisten, ich habe kein Problem damit, wenn die getötet werden. So. Das würde ich verurteilen. Genauso würde ich es aber verurteilen, wenn... Wenn Neitan mir sagt, er trauert keinem Nazi hinterher, er hat kein Problem damit, gegen Nazis mit Gewalt vorzugehen. Daher, weißt du was? Und das ist tatsächlich ein qualitativer Unterschied. Wir Linke, wir haben ein großes Maul, aber wir sind alle Lefty-Lipkack-Soyboys, die nicht fit sind, die zu Hause sitzen und Uber Eats, also halt Miam bestellen oder Foodor oder was auch immer. Wir, das, was wir sagen, was wir wollen, irgendwie, ja, wir machen jetzt Revolution, wir machen das nicht. Hä? Rechte? Ja, gut. Hä? Was ist das für ein Argument? Ihr macht nichts. Nein, 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 das ist schon. Ihr labert nur und macht nichts. Ja, wir machen nichts. Und das ist was Gutes. Ja. Es ist besser, weil, nein, es ist nichts Gutes. Ich finde es nicht gut, wenn einfach random Gewalt... Nur der Punkt ist, dass du gleichsetzt, dass was Linke tun und was Rechte tun. Und das ist es halt nicht. Es ist halt schon ein qualitativer Unterschied, wenn das, was Linke sagen ist, ja, wir müssen uns gegen den Kapitalismus auflehnen und alles, was dann kommt, ist ein paar Petitionen, dass wir da irgendwie humanere Gesetze haben versus wenn wir... Aber dann sagst du es nicht. Wenn wir rechtsextreme Massenshooter haben, die in ihre Manifeste all die ganzen Dinge schreiben, aber... das heißt... ...über die zuerst ganzen YouTuber schreiben. Also das ist doch ein qualitativer Unterschied. Mir ist es egal. Ich kann Leuten sowas nicht durchgehen lassen, weil ich denke, die werden es ja eh nicht machen. Deswegen kann ich dem Neitern nicht durchgehen lassen, dass er sagt, er ist froh, dass Nawaldi tot ist. Alles gleich wird. Ich kann doch nicht neitern, ich kann doch nicht neitern, nicht das durchgehen lassen, dass er sagt, er trauert keinem Nazi hinterher, er ist froh, dass Nawaldi tot ist. Wenn der das sagt, muss ich das doch verurteilen, nicht nur, weil ich sage, ja gut, er ist ja ein Linker, der wird eh niemals was machen. Wieso muss ich traurig sein, wenn jemand stirbt, der eine komplett, der eine Rechtsextreme, also Nawaldi war kein Linker. Nein. Also Nawaldi war wirklich, er war noch radikal. Weil ein Mensch gestorben ist. Ich dachte, du bist Linker. Nein, ich muss, ich muss, nein, ich muss nicht traurig sein. Nein. Du kannst mir doch nicht verbieten, traurig zu sein. Du kannst sagen, ja, man sollte jetzt irgendwie nicht öffentlich umherziehen und den, durch den Dreck ziehen und jetzt irgendwie sagen, ja, das war ein furchtbarer Mensch, der verdient zu sterben. Aber ich muss nicht traurig sein, ich muss jetzt nicht, hättest du. Er hat explizit gesagt, ich bin auch froh, dass Nawaldi tot ist. Das ist eine andere Aussage. Ich hätte ihm nicht, ich hätte ihn nicht. Ich bin froh, dass Henry Kissinger tot ist. Ja. Weißt du was? Ich bin froh, dass kein Mensch tot ist. Bin ich jetzt der schlimme Rechte? Nein, das sage ich nicht. Nur ich sage, dass diese, manche Menschen haben so furchtbare Dinge gemacht, dass sie nicht von anderen erwarten können, dass sie traurig sind darüber, dass sie gegangen sind. Weißt du, was Henry Kissinger gemacht hat? Nein, aber es geht um die öffentliche Aussage. Es geht um die öffentliche Aussage von einer Person, die sehr schnell Leute als Faschisten bezeichnet, die sagt, ich traue keinem Nazi hinterher, ich bin auch froh, dass Nawaldi tot ist. Das ist so eine Aussage, die verlässt für mich den Bereich der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Okay. Wärst du traurig gewesen, dass Hitler gestorben ist? In dem Fall nicht. Das wäre ja auch reaktive Gewalt in diesem Fall. Wenn du ihn damit hättest gestoppt. Wenn du ihn gestoppt hättest in seinem System. Nein, 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 er hat am Ende vom Krieg, wo er tot war, warst du traurig? Nein, aber... Also nein, nicht was traurig. Wärst du traurig gewesen? So, also angenommen, ich hätte ihn jetzt... Der Krieg wäre beendet gewesen und er hätte gelebt. Noch. Hätte ich es besser gefunden, ihn ins Gefängnis zu stecken? Halte ich persönlich, by the way, aber das liegt jetzt an meiner philosophischen Wahrnehmung, auch für die härtere Strafe. Nein, davon rede ich jetzt gar nicht. Ich rede jetzt von... Warst du traurig, dass ein Mensch von uns gegangen ist? Ich brauche nicht explizit traurig sein, aber ich brauche auch nicht explizit froh sein. Ich bin froh, dass er keine Gefahr mehr dargestellt hat. Dass er... Aber wenn... Also in dem Fall wäre ich froh, dass er keine Gefahr mehr darstellt. Da bin ich auch ganz dabei. Prinzipiell kann ja so eine Person theoretisch auch wieder gefährlich werden. Es fällt mir irgendwie schwer zu glauben, dass wenn heute ein Hitler gegeben wäre, der sowas macht und dann stirbt, dass du nicht irgendwie dir denkst, Gott sei Dank. Dass du nicht irgendwie denkst, danke, danke, dass es passiert ist. Also... Ich verstehe das aus einer Sicht, aus einer Sicht, aber ich würde... Ich glaube es nicht, ich glaube es nicht. Aber Nawaldi, jetzt mal abgesehen davon, wie weit wir jetzt schon reingegangen sind, ist Nawaldi denn mit Hitler gleichzusetzen? Nein. Aber es ändert nicht so im Prinzip, dass man manchmal... Nein, ich rede jetzt davon, ich rede nur vom Prinzip, weil du bist ja prinzipiell dagegen, dass man froh sein kann, dass ein Mensch stirbt. Ich finde, wenn ein Mensch genug Leid verursacht hat, genug Schaden... Aber hat das Nawaldi denn? Also der war ja nie, der war ja nie ein aktiver Politiker. Ich habe jetzt nicht an Nawaldi gedacht. Ich habe jetzt bei Nawaldi nicht wirklich ein starkes Gefühl gehabt. Vielleicht hat Nathan... Ich habe bei Henry Kissinger ein starkes, positives Gefühl gehabt, dass der weg war. Ja, finde ich... Ja, und wenn du gleichzeitig aber jemand bist, der sagt, ich bin froh, dass der... Dass der... Also wenn die Aussage in dem Kontext von der Person, der Realtalkist als Faschus bezeichnet hat, der den Agitator als braunen Wurm bezeichnet hat, wo ich schon sagen würde, das kommt gleich mit einer... mit einer Nazi-Einstufung... Ja, ja, alles gut. Nein, nein. Ich würde gerne über die Dinge... Genau. Da geht es mir darum, das verurteile ich. Ich finde das nicht richtig, das in dem Kontext sozusagen, was Nathan gesagt hat. Und wenn ich mir das gleiche vorstellen würde, was von rechts kommt, würde ich das genau so verurteilen. Aber nicht mehr und nicht weniger. Und ich finde beide Aussagen gefährlich. Und zwar gleich gefährlich. Okay. Jetzt gehen wir mal weg von dem, was Leute sagen und wofür Ideologien stehen. Okay? Du verstehst, was ich meine, oder? Du hast mir jetzt nicht widersprochen, oder? Nein, ich weiß, was du meinst. Ich widerspreche dir nur. Also, wie soll ich sagen? Die, wie soll ich sagen? Ends don't justify the means, aber die Ends sind schon relevant mit Blick darauf, was geschieht. Ich habe mehr Respekt für jemanden, der sich zum Beispiel, ja, es gibt immer wieder Leute, die sich, leider Gottes, anzünden und dann mit einem Statement setzen, die irgendwie halt so einen Suizid machen. Ich habe mehr Respekt vor jemandem, der sowas macht, weil er irgendwie Apartheid, das hat es damals aufgegeben, der Apartheid kritisiert und das sozusagen aufzeigen möchte, wie viel Leid geschaffen wird, als jemanden, der das macht, nachdem Apartheid abgeschafft wurde, nur damit er nochmal, also, das, wo jemand hin will, hat ja schon eine Auswirkung darauf, wie die Handlungen getätigt werden. So, aber eigentlich ist ja auch nur die Frage, warum oder wie genau willst du das einschätzen, wann du dafür sein kannst, dass man einen sogenannten Nazi gewaltsam angreift oder umbringt? Wann genau kannst du da dafür sein oder das verteidigen? Ich kann die Grenze nicht ziehen, kann niemand und deswegen advokiere ich dafür jetzt auch nicht öffentlich. Also, zu manchen Dingen habe ich keine Antwort und deswegen mache ich es nicht. Ich kann jetzt nicht für Neidern reden oder für irgendjemand anderen. Nein, nein, aber für dich selber sollst du ja reden, nicht für Neidern. Das ist ja schon in Ordnung, aber ich sagte nur, da wäre, ich habe auch Neidern nur als zitiert, weil ich eben das Beispiel hatte von, das verlässt den Boden an der Stelle für mich, das sind Aussagen, die ich verurteile und da finde ich es gefährlich sowohl von links als auch von rechts, wenn solche Aussagen kommen. Ich würde es komplett verurteilen, wenn jetzt... Kann ich jetzt halt nicht mit diesem Hufeisen-Kram durchkommen lassen, wenn eine Seite von diesem Hufeisen, ich meine, ich muss dir sicherlich nicht zeigen, wie disproportional die tatsächlich dann Gewaltakte, die von den politischen Lagern begangen werden, wie disproportional ist. Die Statistik muss ich dir jetzt nicht vorlesen, oder? Das ist mir egal, ich brauche ja nicht die Tat bewerten, sondern die Aussage. Ich kann nicht alle Taten von allen Linken und allen Rechten bewerten und so weiter, ich wäre die Aussage bewerten. Aber du sagst ja, dass links genauso schlimm ist wie rechts. Nein, Gewalt ist genauso schlimm wie Gewalt. Ja, aber das Problem ist, dass einer Sache Gewalt folgt und einer anderen nicht. Ja, und das traue ich nicht der Einzelperson zu, das einzuschätzen. Oder der Antifa oder sonst wem. Du musst nicht der Einzelperson das... Du musst nicht der Antifa vertrauen, die machen ja auch nichts. Die verletzen keine Menschen, die machen Sachbeschädigungen. Oh mein Gott, Sachbeschädigungen. Ja. Außerdem ist es eh dumm. Du machst das Antifa ein Polizeiauto kaputt, die kaufen fünf Autos nach. Es ist eh dumm. Also ich mag wirklich nicht die Antifa. Du kannst nicht Sachbeschädigungen mit gezielten Morden und mit Massaker. Nein, du verstehst es nicht. Mir geht es nicht darum, zu sagen, wer die schlimmeren Taten in Gesamtzahlen begeht, sondern wenn der einen Polizeiauto kaputt macht, vergleiche ich das mit dem anderen, der ein Polizeiauto kaputt macht und wenn der einen Mord begeht, wie wenn der anderen Mord begeht. Und es kann natürlich sein, dass man zum Beispiel bei, wenn jetzt eine Entführung ist oder so, dann kann man natürlich sagen, dass man den Entführer an der Stelle nur auf diese Weise am besten beseitigen kann, als letztes Mittel. Das kann durchaus passieren, aber in diesem Fall möchte ich bitte, dass Gerichte, beziehungsweise in diesem Fall ist es dann der Rechtsstaat, das kann nicht direkt immer ein Gericht entscheiden und so weiter, aber am Ende ein Gericht entscheidet, ob das in Ordnung war oder nicht und dass das sehr genau evaluiert wird und nicht von irgendeiner Linksextremen Gruppierung gemacht wird, wann man jemanden umbringen darf, weil der ja schon mal schlechte Sachen gemacht hat. Und das sollte auch immer der einzige und beste Weg sein, eine andere Gewalthandlung zu stoppen. Jetzt ist für mich halt nur das Problem, dass du Linke in diesem Fall dafür bestrafst, dass sie offen und ehrlich kommunizieren, wofür sie stehen. Weil wir haben ja schon festgehalten, dass ein Teil von der Neonazistrategie ist, Dogwistles zu verwenden, Dinge zu verschleiern, nichts offen zu kommunizieren, was sie meinen. Ja, wie gesagt, das verurteile ich ja dann auch, wenn ich das so gehört hätte und mitbekommen hätte. Okay. Wir hatten ja über Clownswelt gesprochen, der ja in deinem Chat ist. Und ich habe jetzt auch von jemandem gehört, Clownswelt ist, glaube ich, das ist, glaube ich, nicht der echte Clownswelt. Das ist ein Fan-Account hier. Ich glaube schon, dass ich das gehört habe. Aber egal. Du hast da jemanden, der ein Neonazi-Meme als seinen Namen hat auf Twitch. Ah. Hm. Also, wenn du so jemanden im Chat hast, als einen prominenten Member, der auch... Prominent? Ich habe dir empfiehlt... Kein VIP gegeben. Naja, aber der hat... Okay. Okay. Also, ein Member, der so einen Draht zu dir hat, dass der dir empfiehlt, ein Gespräch mit Schlomo zu haben, privat, und dass du dann sagst, ja, okay, würde ich mal machen. Ist das nicht schwierig? Also, jetzt würde mich erst mal interessieren, wie du auf Prominent kommst. Also, wenn du so nass bist, gegenüber... Wie kommst du drauf, dass der Prominenter-Member meines Chats ist? Vielleicht würde ich das Prominent zurückziehen, aber das ändert ja jetzt nichts an meiner Grundfrage. Wie du mit jemandem im Chat umgehst, der einen Neonazi-Namen hat. Also, wie soll ich mit ihm umgehen? Ich hätte jetzt zwei Möglichkeiten. Ich sollst sagen, nein, Neonazi-Namen akzeptieren. Ich kann sagen, ich kann ihn bannen, das kann ich machen. Ja, auch korrekt. So? Ja. Oder ich kann ihn hier stehen lassen, oder? Und mir zuhören lassen. Ja. Das eine führt dazu, dass er nur noch... Müsstest du aber auch gut gegen Nazis argumentieren. Das eine führt dazu... Und du verbringst die meiste Zeit deines Streams, dass du über Linke herst. Das führt einerseits dazu, dass er nicht mehr in meinem Chat steht, was wahrscheinlich die positive Auswirkung jetzt aus deiner Sicht ist, aber andererseits dazu, dass er nur noch bei Leuten in Chats aktiv sein darf, die eben so radikal und extrem auf der rechten Seite stehen. Das heißt, dass er eben der Mitte beziehungsweise mir gar nicht mehr zuhören kann. Ich würde nicht sagen, dass du ihn bannen sollst. Ich habe auch schon manchmal ein paar Leute in meinem Chat gehabt, die in diese Richtung sind. Da waren auch schon mal von wegen Globalisten. Waren auch schon bei mir. Hat er jetzt aber noch nicht direkt geschrieben. Das hat er nicht geschrieben. Nein, nein, nein. Der hat im Namen Globalisten. Also ich habe schon Leute gehabt, die offensichtlich Nazis waren. Die habe ich auch nicht gesperrt. Aber was dann mein Ziel ist, logischerweise ist, dass ich denen erkläre, dass das nicht gut ist. Dieses Ziel sehe ich bei dir halt nicht. Auch wegen Böswilligkeit. Aber du bist einfach, also du fokussierst dich einfach sehr viel auf Linke. Und ich verstehe, wenn du Linke kritisieren möchtest, gerne. Nur halt, du bist, es ist für mich schwierig, wenn du sagst, dass Nazis scheiße sind, dann hast du ja zumindest kein extrem abgeneigt oder kein, ja, lass ich mal so stehen. Aber du redest nur davon, wie Linke falsch sind. Also man kann ja auch... Das stimmt halt nicht mal. Also ich habe jetzt, glaube ich, zwei oder... Ich habe in den letzten Tagen jedes Mal auf ein Video von Ketzer der Neuzeit reagiert und ihn durchaus auch kritisch eingeordnet. Ich kritisiere die AfD. Ich kritisiere Rechte. Schau auf meinen Reaction-Kanal, da wirst du in den letzten Tagen Videos zum Ketzer der Neuzeit beispielsweise sehen. Heute erst eins hochgeladen. Das ist, glaube ich, für dich, also das ist, glaube ich, auch ziemlich klar erkennbar ein Rechter. Ich distanziere mich immer wieder von der AfD. Ich habe auf das TJ-Video reagiert zur AfD und habe auch gesagt, habe das Video noch ergänzt, habe das Video kritisiert an Stellen, wo es nicht korrekt war und habe Punkte hinzugefügt und habe da auch gegen Rechte argumentiert. Also nur weil ich mit einem Video nicht ganz mitgehe, heißt das ja nicht, dass ich es ganz ablehne. Zum Beispiel auch. Ich muss dazu sagen, ich habe nicht so viel Zeit auf deinem Reacts-Kanal verbracht. Ich habe mich eher auf deinen Creators-Kanal, also wo die Meinungsblocks sind. Da habe ich ja auch zum Beispiel was gegen Robson gemacht, der halt AfD-Fan ist, beispielsweise. Ja, ich kann ja mal zeigen, also dass du mit Kircher diskutiert, ist okay, zwischen Lügen und Manipulation. Dann, warum es Himmels noch lächerlich ist, also das ist eher unpolitisch. Omegel, unpolitisch. Unpolitisch. Freimont, ja, politisch, aber ich habe jetzt nicht, das Video habe ich nicht geschaut. Nee, da habe ich nur so gesagt, wo ich die Argumente besser finde. Dann hast du dich über Alpha Kevin, also hast du dich über Kirchow lustig gemacht, wieder. Dann über Robson, okay, das ist gut. Dann über Shoyoka, wieder Shoyoka. Das ist ja in Ordnung, sie hat ja auch kein, sie zieht ja auch linke Werte in den Schmutz. Das ist eine starke Formulierung, aber kannst du es mir verschwähen, dass ich da einen kritischen Eindruck bekomme? Nee, kann ich nicht, weil ich ja glaube, dass man auch linke Werte in den Schmutz ziehen kann oder auch linke Positionen in den Schmutz ziehen kann. Weil ich glaube, ich kann genauso gut... Natürlich kann man das, nur du müsstest halt glaubwürdiger für diese Werte eintreten, das... Schau her, wenn ich jetzt einem Veganer erkläre, also einem Nicht-Veganer erklären will, wie man aktiv... Das kommt komisch. Nee, ich kann ja sagen, guck mal, guck mal, dieses Gendern ist Quatsch, aber Leute, dafür müsst ihr nicht die AfD wählen, um Gendern Quatsch zu finden. Findest du das Gendern? Ja. Okay. Also ich muss ja nicht, ich muss ja nicht so weit gehen oder ich kann sagen, hey, guck mal, diese Shoyoka ist lächerlich, diese Shoyoka ist ja wohl lächerlich, aber guck mal, die politisch nicht rechts, die politische Mitte, was auch immer, ich finde, aus dieser Position kann sie auch kritisieren und doof finden. Das geht ja auch. Dann bin ich ja nicht... Dann kann ich ja auch so mit Leuten einfangen. Wenn ich mich jetzt als mittigstehende Person davon fernhalten würde, dann würden sich ja nur noch Rechte darüber lustig machen oder Rechte das thematisieren und die Leute würden sagen, ja stimmt, die haben Recht und dann wird denen zugehört. Ja, die Sache ist halt, dass ich mir schwer tue, das als ehrliche Kritik zu werten, wenn du eigentlich auf dem Kanal, den ich verfolgt habe, ja 80% haust du auf den doofen Woken rum. Ja, weil die halt auch, weil die auch dafür effektiv sorgen, dass die Rechten gestärkt werden. in meiner Anschauung. Das ist natürlich... Das ist ja... Dafür musst du meine Annahme natürlich teilen. Wenn du diese Annahme nicht teilst, dann ist das für dich natürlich nicht nachzuvollziehen. Aber meine Annahme ist... Nein, natürlich. Aber das ist eine absolut lächerliche Annahme. das feministische Aktivismus automatisch dazu... Also das eigentlich feministische Aktivismus dafür zu verantworten, also dafür in die Verantwortung zu ziehen ist, dass Menschen misogyn sind. Nein. Jetzt ist die Frage... Ich glaube, dass übertriebene Sachen, Sachen, die man eben nicht mehr ernst nehmen kann, dafür sorgen, dass man die ganze Sache in den Schmutz ziehen kann. Jetzt ist die Frage, ob, wenn du jedem absurden Ding, was die eine Seite macht, so viel Licht gibst und manchmal auch, wie gesagt, ungerechtfertigt... Also wenn ich... Ich habe deine Kritik an Barbara war zu mir gar nicht verstanden. Also wenn du wirklich... Also ich kann dir mal ganz kurz sagen... ... jedem kleinen Kurz so viel Aufmerksamkeit gibst, das ist... Allein das ist ja schon... Erst einmal werde ich ja auch nur von Linken angegriffen. Oder hauptsächlich von... Oder nicht von Linken, sondern von Woken eigentlich. Also mit... Mit... Mit einem Prolitopia konnte ich mich ja ziemlich gut unterhalten. Ich habe ihm ziemlich klar gesagt, womit ich nicht mitgehe. Ich habe ihm gesagt, dass ich an die soziale Marktwirtschaft und nicht an den Sozialismus glaube. Haben wir vernünftig wie zwei Demokraten miteinander drüber geredet und konnten... konnten da uns super drüber unterhalten, war überhaupt kein Problem. Aber wenn ich halt mit einem Kirchow rede, dann rede ich an der Stelle, kann ich nicht wie zwei Demokraten miteinander reden. Weil er halt... Weil er halt hier gleichzeitig irgendwie Gewalt fordert und gewaltsames Vorgehen, um seine politische Ideologie zu stützen. Und weil er... Weil er... Eben... Mich grundsätzlich, glaube ich, schon mal so, wie du jetzt eben einordnest, dass ich immer nur Voke kritisiere und deswegen eigentlich nicht zu meinen Zielen komme oder meine politischen Ziele nicht verfolge, sagen, dass ich nur ein Debate-Bro bin oder so. Ja, die Kritik kann ja wohl von mir nicht kommen. Da ich ja selber... Aber... Nee, ich komme gerade im Chat, mit Kirchow hatte ich ja zuerst geredet. Kirchow hat sich sehr vernünftig von Stefan Doom kritisiert, habe ich auch darauf reagiert, fand ich sehr in Ordnung. Ich finde die Entwicklung da ziemlich positiv. Ich muss sagen, Kirchow lehne ich auch weniger ab beispielsweise als jetzt in letzter Zeit eben den Naitan und Co. Aber ich glaube, die sind ja untereinander auch verstritten. Also nochmal, aber du würdest jetzt nicht sagen, dass du einen Real Talk ist hast. Den lehnst du nicht so ab wie in Kirchow. Dazu müsste ich mehr Positionen von denen gehört haben. Ich fand, dass ich mit Real Talk ist, dass ein nettes, sympathisches Gespräch führen konnte und mit Kirchow damals nicht so. Ja, aber das kann ja jetzt nicht ausschlaggebend sein. Also der schlimmste Kriegsverbrecher kann zivilisiert in einer Talkshow sitzen und... Dieses Kriterium, wie ihn jetzt hier, das kann ich das einzige sein. Nein, nein, ich glaube, mit Kirchow kann man sicherlich auch entspannt entspannt reden, einen normalen Discord-Talk führen, keine Ahnung, Minecraft spielen, wenn er das spielt. Das geht natürlich, das könnte ich mit ihm auch machen. Hätte Kirchow mich zu seinem Jubiläum eingeladen, damals, selbst wenn er was von Shuyoka antifeministischer Hälskampagne erzählt hätte, wäre ich da auch hingegangen und hätte, keine Ahnung, entspannt irgendwas Unpolitisches geredet. Kein Problem. Ja, nein, nein, das glaube ich dir auch vollkommen. Das ist jetzt... Kann sein, dass der Chat mich dafür nicht gemocht hätte, wäre mir aber egal. Ja, was ich mich jetzt frage und das ist jetzt vielleicht eine Frage an dich und es ist eine leading question, also ich sage es gleich jetzt, wenn du sagen möchtest, das ist scheiße, dann sag es ruhig. Aber könnte das vielleicht einen Grund haben, wieso du bei Rechten lieber gesehen bist als bei Linken und jetzt ist meine Unterstellung da natürlich, dass du Rechten mehr zuträglich bist als Linken? Der Unterschied ist ja, dass ich mit Linken gar nicht so wirklich Probleme habe, wie zum Beispiel Imp oder Polytopia. Das sind ja auch Linke. Würdest du sagen, dass ich links bin oder bin ich für dich nur ein Vogue? Du bist Vogue links, würde ich sagen. Ich muss sagen, ich halte von dem Label gar nichts. Aber dann bist du Vogue ist ein Begriff für mich. Vogue ist ein Begriff für Arschloch. Nein, 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 überhaupt nicht. Ich finde Vogue ist in Ordnung. Doch Vogue ist wie alles, was ich nicht mag, ist Vogue. Also das wird ja schon so verwendet. Hör mal einem Imp zu, hör einem Erwin zu. Wenn die von Vogue reden, das ist irgendein Amalgam in deren Kopf von cringy Twitter-Takes, Ja, das gibt es natürlich. Aber Vogue an sich ist ja eine gute Sache gewesen, nur heutzutage gibt es eben Vokes, die komplett übertreiben. Darum geht es. Die hat es auch schon damals gegeben. Es ist nur jetzt dieser wahnsinnige Fokus darauf, weil das aus dem amerikanischen Kulturkampf kommt. Und der Punkt ist, worauf ich hinaus will, dass diesen Fokus zu übernehmen nicht gut ist. Also das ist nicht gut. Natürlich sagen Schioka dumme Sachen. Entschuldigung, die streamt sehr viel. Ich stream weniger und ich sage auch, ich sage wahrscheinlich noch mehr dumme Scheiße. Also ich würde sagen, ich würde sagen, niemand hat so viel. Das passiert. Aber der Hyperfokus auf die Woken, kann ich verstehen. Er zeigt natürlich ein Bild. Kann ich verstehen? Bin ich auch drauf eingegangen? Ich habe in letzter Zeit vermehrt auf Rechte reagiert, wie zum Beispiel in Ketzer der Neuzeit. Jemand hat mir auf allen Plattformen entfolgt, weil ich auf ihn reagiert habe, weil ich ihn geplatformt hätte. Das war die Reaktion von Linken, die mich vorher verfolgt haben. Die mich vorher verfolgt haben. Es gibt manche verwirrte. Aber ich habe das ja auch eingesehen. Habe ich ja auch gemacht zum Beispiel. Ich will dir jetzt nicht sagen, wie du dein Content machen sollst und werde ich auch nicht. Nur, was man halt auch sagen muss, ist eine andere politische Kultur bei den Rechten. Bei den Rechten ist eine breite Allianz, weißt du ja selbst. Also in der AfD sitzen in Anführungszeichen Bürgerliche. die jetzt noch keine Faschisten sind. Absolut. Weidel zum Beispiel ist keine Faschisten. Nee, sie ist rechts. Rechts ist ja vollkommen okay. Ist eine legitime Position. Die AfD hat das Problem. Das ist eine Weidel und ein Höcke. Die sind eben verteidigt. Das funktioniert. Ich kann dir glaube ich sagen, was ich so ein bisschen das Problem finde bei der AfD ist, die haben von Anfang an wurden die in den Medien sehr groß thematisiert und immer als so die Partei, die jetzt neu ist, aber die sind irgendwie schon so kritisch, bei denen sollte man aufpassen und so weiter und das hat meiner Meinung nach dazu geführt, dass die als für viele interessant wahrgenommen wurden oder viele gedacht haben, wenn die in den Medien immer so dargestellt werden, dann scheinen die ja was Besonderes zu sein. Das hat dazu geführt, dass da natürlich viele extrem denkende Menschen eingetreten sind. So. Was natürlich weiter dazu geführt hat, dass sich das Image verschlechtert hat und weiter Extremisten da eingetreten sind. Das ist mein Problem. Das ist nicht nur wegen der Aufmerksamkeit gewesen. Das war auch, weil es keine NPD war. Schau, dass du nie krank wirst. Ich kann es nicht empfehlen. NPD war verboten. Es gab keine rechtsextreme Partei. Das war die einzige Partei, die neu gekommen ist. NPD wurde nicht verboten. Die NPD. Nein. Zumindest war sie als, gab es das eine Verbotsverfahren in dem Bundesland und das hat dann zum Landesverhalten. Also die NPD wurde auf Bundesebene nicht verboten. Ich rede nicht auf Bundesebene, ich rede auf Landesebene. Und das hat dann, und dann konnte, man kann eben nicht eine Verbotsverfahren, da haben sie sich dann eher abgewandert wie der CDU gewählt, die ganzen Rechtsextremen. Und das war jetzt eine neue Partei, die man sozusagen formen konnte. Aber das ist jetzt gar nicht mein Punkt, sondern mein Punkt ist, dass Rechte legen sehr viel Wert darauf, dass man eine hohe Koalition hat in der Bewegung. Da können auch Neoliberale umgusteln wie die Weidel, können auch mit, sie kritisieren ihn zwar, aber die Weidel ist noch nicht aus der Partei ausgetreten ist zum Beispiel. Ein Chrupalla, der sich selber auch ja glaubhaft als Nicht-Nazi darstellt, ist jetzt auch nicht noch... Ich glaube, das Problem ist... Das können Linke nicht, das kann nicht ein Habeck, ein Habeck kann nicht mit einer Wagenknecht in derselben Partei sein. Auch wenn ich jetzt... Aber... Weiß ich nicht. Das ist einfach, weil Linke haben härtere Selektionskriterien und deswegen... und gehen halt nicht... Und sie haben halt... Na doch, da grenze ich mich ja auch von ab. Trump zum Beispiel in den Staaten, ich möchte noch ein Beispiel sagen, Trump in den Staaten haben alle gesagt, nein, alle Republikaner, wie furchtbar ist der? Das stimmt nicht. Der ist nicht einer von uns. Lindsey Graham. Ja, ja, es gab viele, die ihn nicht mochten, aber es gab schon... Nein, nein, am Ende haben sich alle seine Kontrahenten in Vorwahl haben sich hinter ihn gestellt. Also ich kann ja nicht sagen, ich... Also ich befinde mich gerade in den USA. Ähm... Nein, ist schön. Ähm... Also ich finde, Trump ist natürlich eine sehr kontroverse Person und ich kann mich mit seinen Positionen auch nicht identifizieren. Aber es ist ein bisschen doch noch was anderes. Also er ist natürlich, ähm, auch weit, weit in der Gesellschaft ist Kritik an ihm verankert. Das Problem hier ist meistens eher, dass es einerseits Leute gibt, die finden, dass Biden auch doof ist und sich dann fürs kleinere Übel entscheiden. Und auf der anderen Seite gibt es, was... Davon reden wir ja gar nicht. Bitte? Davon reden wir ja gar nicht. Ich rede jetzt nur von dem Grund, wieso Rechte dich mehr akzeptieren als Linke. Ja, und das andere Problem ist... Weil Rechte können mit jemandem leben, der vor allem gegen Linke schießt, aber halt selber nicht rechts ist. Während Linke ein Problem damit haben, mit jemandem zusammenarbeiten, ja, ja. Ja, ja. Das hält ihnen halt selber mehr weh. Aber weißt du, ich kann ja... Guck mal, hast du jetzt mal angenommen, ich würde jetzt sagen, ich bin jetzt für... Keine Ahnung. Ich bin jetzt für irgendeine Partei der Mitte oder so oder würde sagen, ich spreche mich jetzt dafür aus. Ich habe mich noch nicht direkt für eine Partei jetzt ausgesprochen, werde ich auch nicht machen, aber so. Du bist für SPD, oder meinst du... Keine Ahnung, ich feiere die nicht. Das ist eine ziemlich Mitte-Partei. Keine Ahnung. Also FDP ist... FDP ist... Fühle ich mich in manchen Punkten wohl und in manchen gar nicht. SPD mag ich jetzt auch nicht so direkt. Die Mitte-Partei, die genau in der Mitte ist. Ja, die gibt es natürlich nicht. Aber so. Angenommen, ich mache mich über all das lustig und sage am Ende, AfD ist trotzdem doof. So. Das reicht nicht aus. Aber jetzt nicht, weil ich irgendwie meine, du kannst... Aber der Grund dafür ist, erstens einmal, dass die wenigsten die Videos bis ganz zum Ende schauen. Und das, worauf du die meiste Zeit verwendest, also jetzt nicht nur von der Qualität von der Kritik, sondern das, worauf du die meiste Zeit verwendest, das zeigst du deinen Zuschauerinnen an, dass das das Relevante ist. Und das, wenn du ein 10-Minuten-Video hast, 9 Minuten davon, hackst du auf den Wokies rum und die letzte Minute sagst du, hey, aber Nazis sind trotzdem uncool und AfD finde ich auch nicht gut. Die 9 Minuten davor sagen eigentlich... So direkt sage ich es nicht. Die Richtung sagt schon mehr aus als das Video, weißt du? Also ich kann dir direkt mal sagen, sowas ist noch nicht vorgekommen. Ich weiß nicht, in welchem Video du das jetzt so gesehen hast. Aber ich sage ja immer, ich habe zum Beispiel bei Dekadent-Talk, sage ich ja, Trans-Personen akzeptieren in der Gesellschaft, nutzen die richtigen Pronomen. Im letzten Video habe ich gesagt, dass man dieses transfeindliche Wort nicht sagen sollte, wofür ich dann auch wieder von Linken kritisiert wurde. Alles, alles gut. Also ich mache das ja schon. Ich packe das ja schon rein. Ich bin halt, keine Ahnung, wie sagen wir mittig, sagen wir normal eingestellt. Ich kritisiere zur der Woken-Seite und spreche mich immer wieder für Werte aus, damit eben meine Zuschauer nicht das Gefühl haben, dass ich ins andere Extrem gehe oder für das andere Extrem Werbung machen möchte. Das ist übrigens vergleichbar. Ich weiß nicht, verfolgst du Massengeschmack-TV? Ich finde, er macht das auch ziemlich gut. Ah, das trifft sich gut, weil ich finde, er macht das furchtbar. Da kommt unser Missverständnis. Also Massengeschmack-TV Ich habe andere Ansichten als er in Teilen. Ja, ist eine große, nein, ich weiß schon, aber Massengeschmack-TV ist eine große Plattform, der Schlomo-Videos machen lässt. Also das ist nicht... Also Massengeschmack-TV hat sich ja von rechts außen schon distanziert. Ich habe ein Video gesehen, wo Schlomo im Titel gestanden ist und wo Schlomo analysiert. Wenn das Video nicht existiert und ich es jetzt nur mir halluziniert habe, dann nehme ich das zurück. Aber ich meine, dass ich das gesehen habe. Es kann natürlich sein, dass er das vor zehn Jahren gemacht hat oder vor Ewigkeiten. Ich glaube im Neuen. Stimmt nicht, sagt mein Chat. Holger mag Schlomo überhaupt nicht. Mein Schlomo hat Angst vor Sarah Wagenknecht, betreutes Gucken, aber das wird wahrscheinlich ihn kritisieren. Ah, nein. Interviews war vor acht Monaten. Was steckt hinter dem Stolzmonat? Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das ein kombatives Interview war. Dann habe ich das anders. Aber jetzt guck mal, er hat ihn kritisch interviewt und jetzt hast du gleich schon in der Wahrnehmung gehabt. Das weiß ich nicht, worüber du das gemacht hast. Also ich weiß, dass er bei der Honigwabe war und die massiv kritisiert hat. Also er ist kritisch in die Honigwabe reingegangen, Holger. Natürlich, sie hat es. Ja, ist ja gut, dass er da kritisch reingeht und sagt, seine Position klar macht und klar macht, dass er die nicht feiert. Also Holger ist jemand, da muss ich sagen, es ist jetzt nicht direkt das Vorbild zu mir, ich feiere nicht all seine Positionen und so weiter, aber er haut Kritik zu allen Seiten raus und macht damit seine Position klar. Ja, wie gesagt, ich finde, dass manche Seiten mehr Kritik verdienen als andere und das ist halt die Definition von False Balance. Aber ich glaube, das liegt daran, dass du sehr weit politisch extrem stehst oder sehr weit, nicht extrem, sagen wir mal nicht extrem, aber du stehst sehr weit auf einer politischen Seite oder zumindest recht weit. Ja, klar, aber ich kann auch verteidigen, wieso manche Ziele edler sind als andere. Also zum Beispiel jemand, der einen Fehler macht in der Argumentation für Transrechte, der schadet der Sache mehr als jemand, der schadet der Sache riesig und deswegen kritisiere ich ihn und sage ihm, hey, deine Argumentation ist unlogisch und sage, Leute, das ist nicht die Schuld von Transmenschen, akzeptiert die in der Gesellschaft, aber diese Aussage ist dumm. Sorry. So. Okay, nein, also wie soll ich sagen, ich meine, ich bin jetzt nicht getriggert, nur dagegen kann ich jetzt halt nichts sagen. Nein, kannst du nicht. Jemand, der explizit jetzt gegen Transrechte finde ich, macht mehr Schaden, aber gut. Ich bin ja nicht explizit gegen Transrechte. Schau her, nein, nein. Aber ich muss doch ein Publikum erreichen. Also du verstehst, wenn ich mich nur noch den positiven Themen zuwende, den Leuten, also Themen, die eh nur Link interessieren, dann erreiche ich ja damit nicht die Gruppe, die es sonst ins Recht extrem abdriften könnte. Naja, wenn du jetzt eine Kritik machst zu einem Video von, weiß ich nicht, Clownswelt oder so, oder zu einem, Ketzer der Neuzeit, wenn du dazu eine Kritik machst, dann hast du ja auch seine Zuschauer. Ja. Die interessieren sich ja dafür. Ja, aber die, vielleicht feiern die mich, zumindest hast du Hatewatcher. Ja, aber vielleicht feiern die mich ja auch schon ein bisschen. Weil, weil, weil ich eben, weil ich eben auch die kritisiere, die sie eh nicht mögen. Aber vielleicht merken sie ja, gut, wenn der da schon mit seiner Kritik halbwegs richtig liegt, ja vielleicht ist dann ja auch was dran, wenn er auch den Ketzer kritisiert. Mein Punkt ist nicht, dass du nicht Linke kritisieren sollst, bitte tu es. nur die Idee von einem False, also, ach, dass du jetzt einem Holger sagst, dass er in alle Richtungen schießt, dass es gut ist und dass er da so gleichmäßig ist. Ich finde halt nicht, dass alle Richtungen gleich fest beschossen werden müssen. Ja, aber das liegt eben daran, dass du, dass du, wenn jetzt jemand ein Ding sagt, eine unreflektierte Aussage, was ist eine unreflektierte Aussage? Es gibt unendlich viele Geschlechter, es gibt kein biologisches Geschlecht. Dann gibt man damit rechts außenstehenden Populisten einen großen Gefallen. Nein. Aus dem ganz einfachen Grund, für die ist es schon genug, wenn du als ganz Mensch existierst. Okay, okay, never mind. Dann gibt man denen eine Chance, die bürgerliche Mitte abzuholen. Damit. Nein. Natürlich. Nicht wirklich. Also, jemand, der zum Beispiel prinzipiell Transmenschen gegenüber positiv eingestellt ist, der sagt, ja, okay, ist halt ein dummer Take. Ja, hat die Person scheiße gelabert. Aber hat die Personen, die für so etwas empfänglich sind, die denken auch schon irgendwie, dass es weird ist, wenn eine Transperson auf Kinder aufpasst. Also, da muss schon eine gewisse Skepsis gegenüber der Gruppe da sein, dass so ein billiges Argument wie, ja, hat jetzt eine Person was Doofes gesagt und das ist... Es geht darum, dass wenn sich eine Seite... Dass man jetzt eine Aussage als repräsentativ für eine Gruppe nimmt, Das machen aber leider viele Leute. Da muss ja schon ein Eis sein. Das machen aber leider viele Leute. Und ich verstehe und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich verstehe Transpersonen, die zum Beispiel von solchen Aussagen sehr getriggert sind, weil sie genau wissen, dass das negativ auf die gesamte Gruppe zurückfallen wird, wenn irgendein Airline einen dämlichen Take bringt. So, und an der Stelle sehe ich mich in der Pflicht, das zu kritisieren, damit ich derjenige bin, der das kritisiert und das nicht irgendwelchen radikalen Spinnern überlasse. Okay. Ich überlasse ja dann die Themen. Kritisieren ist gut. Nur die Art und Weise, wie man kritisiert, also ist ja auch wichtig. Nicht mit Häme. Man soll sie nicht über die Person lustig machen, sondern man soll sie inhaltlich kritisieren. Und da sind wir wieder bei meinem Problem mit dem Meinungsblogger-Format. Du machst halt eine Meinung. Das ist Entertainment. Das ist jetzt nicht irgendwie Philosophie-PhD-Club, wo du so eine Dissertation machst, warum das Argument falsch ist, sondern du musst dich ja ein bisschen verarschen. Und da sehe ich dann halt die Schwierigkeit. Also ich mache Jokes, aber die Jokes sind selten, selten so, dass ich damit echte Nazis oder sowas abhole. Und sorry, gerade im Chat stand, ich habe dich ein paar Mal unterbrochen. Tut mir leid, ich muss nur manchmal... Ich unterbreche dich viel mehr, also da steht das im Chat falsch. Ich glaube, wir unterbrechen uns ein bisschen gegenseitig. Manchmal muss man das auch, weil wenn man am Anfang des Satzes schon eine Behauptung aufbaust, da muss man vielleicht direkt dagegen sein, weil man sich sonst immer mehr in sowas rein strickt. So. Ich mache keine Jokes, die echte Neonazis feiern. Denke ich nicht. Also natürlich wird mal einer dabei sein, aber mein durchschnittlicher Joke ist nichts, was nur Neonazis abholt. Aber die gesellschaftliche Mitte, die hole ich, denke ich mal, schon gut ab mit meinem Content. Weil die sind genervt von diesen, von diesen, sagen wir es mal so übertrieben, von diesen Vogue-Genderern. So. Und wenn ich... Tut mir wahnsinnig leid. Aber das kann doch jetzt nicht die Messlatte sein, dass man, wie soll ich sagen, dass man Menschen Genugtuung verleiht, denen es reicht, wenn sie auf Twitter eine Person sehen, die das Gender-Sternchen verwendet oder so, oder die in der Sprache, die in dem Interview LehrerInnen sagt. Also wenn das schon genug ist, dass jemand auf die Palme springt, dann, also ich würde das als eine Person begreifen, die schon prinzipiell anti all diesen Dingen, die sie so auf die Palme bringen, ist. Ja, das kannst du ja, da kannst du ja einen anderen Ansatz verfolgen. Das ist ja auch in Ordnung, habe ich ja nie auf dir verboten. Na klar, aber die überzeugst du ja jetzt nicht, indem du dich drüber lustig machst und sagst, ja, und du hast vollkommen recht, die sind so dumm. Schau, wie... Du hast vollkommen recht. Weil dann bestätigst du sie ja nur noch... Es gibt mehr als, es gibt mehr als, es gibt nicht mehr als zwei Geschlechter, so. Aber akzeptiere doch Transmenschen, bitte. Was habe ich dann damit gemacht? Ey, ich verstehe dich. Es gibt nur zwei Geschlechter. Aber männlich und weiblich. Aber akzeptiere bitte Transmenschen. Das hat damit gar nichts zu tun, dass du die nicht akzeptieren sollst. Weil sonst überlasse ich diesen Take Leuten, die wirklich für Diskriminierung sind. Dann überlasse ich diesen Take irgendwelchen Extremisten, die dann wirklich gegen Transmenschen sind oder die wirklich diskriminieren wollen. Das bin ich halt nicht. Und das überlasse ich denen halt deswegen nicht. Ich will jetzt nicht derailen. Und wenn du sagst, das war nicht unser Thema, dann von mir aus gerne. Also, dass wir es auslassen. Aber es gibt zwei biologische Geschlechter, da fühle ich mich genötigt, zu sagen, dass das nicht stimmt. Also, zumindest nicht, dass es ein binäres Ding ist. Also, da fühle ich mich tatsächlich, da fühle ich mich genötigt. Da muss ich sagen, es stimmt nicht. Mir ist einfach die zwei Punkte nicht zu vermischen. Hier steht es gerade im Chat. Ja, ja, alles gut. Ich möchte nur ein bisschen meine Strategie erklären. Also, ich mache mich halt über, ich verstehe, dass ich vielleicht mehr die eine Seite kritisiere. Ich habe in letzter Zeit da auch umgeschwenkt. Vollkommen dabei. Aber. Und, wenn ich das sagen darf, ich finde es ja schön, dass du auf Kritik eingehst. Also, bevor wir da jetzt drüber weggehen, es ist schon mal schön, dass du die Kritik wahrnimmst. Und ich habe es jetzt nicht überprüft. Ich glaube dir das jetzt, dass du da deine Schlüsse, es ist schön. Ja, ich habe ja auch zuletzt ein Video hier gegen Shakira, diese TikTokerin, gesagt, die ja die ganze Zeit so Takes bringt, wie, ja, früher wurden Frauen zwangsverheiratet und Ehen haben auch ewig gehalten oder sowas. Habe ich ein Video gegen gemacht. Das ist ja ganz klar, ganz klar, dass ich dazu was gesagt habe. Und das war ein Video, da bin ich maßgeblich darauf eingegangen. Und trotzdem habe ich mich, habe ich da drin nochmal dieses Meme von diesem Enz eingeblendet. Um eben Leute damit abzuholen. Weil dieses Enz, dass das in unserer Sprache nicht funktionieren kann, ist allen klar. Aber ich überlasse eben diesen Joke nicht nur Leuten, die wirklich reaktionär oder rechts sind oder weit rechts sind, also rechtsextrem. Meinst du jetzt Neopronomen? Es geht nicht um Neopronomen, sondern es ging darum, dass in den Tagesthemen berichtet wurde, dass wir doch alle, dass wir doch alle, dass wir doch quasi alles mit Enz ersetzen können. Also ich sage nicht mehr sein Einkäufer und sein Einkaufskorb, sondern Enz Käufens und Enz Einkaufskorb. Das kann halt einfach nicht funktionieren in der deutschen Sprache. Darüber habe ich mich lustig gemacht. In einem Video, in dem ich gleichzeitig gesagt habe, Es kann funktionieren, ich finde es albern. In dem ich gleichzeitig gesagt habe, Feminismus ist super wichtig. In dem ich gesagt habe, es ist sehr wohl gut, dass man nicht mehr zwangsverheiratet wird oder ähnliches, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Es ist, und wirklich einige von diesen progressiven Punkten auf jeden Fall vertreten habe. Und gleichzeitig habe ich mich darüber lustig gemacht, um eine größere Gruppe abzuholen. Das ist doch auch aus einer aktivistischen Sicht, auch wenn ich mich persönlich nicht Aktivist nenne, sinnvoll. Nein, auf jeden Fall. Und wie gesagt, es gibt sicher nur, mein Punkt wäre jetzt, sei Kritik offen, und okay, ich will jetzt nicht preachy sein. Und nachdem du mir das jetzt sozusagen glaubhaft gemacht hast, werde ich das jetzt auch gar nicht erwähnen. Da muss man halt immer, also gerade bei Humor ist immer ein sensibles Thema, was kommuniziert man als jetzt, wo man ernst genommen werden will. Es ist sehr schwer. Humor, da kann man sehr schwer erkennen, was die Message von einem Joke ist. Weil es gibt eben so Humor und dann gibt es so verschiedene Meta-Ebenen. Da sagt man mal, was Wahres und mal was Nicht-Wahres oder bringt Dinge unterschiedlich rüber. Das ist sehr, sehr schwer zu erkennen meistens. Darf ich jetzt versuchen, eine Verteidigung von dieser neuen Sprachidee aufzubringen? Eine abstrakte, nicht die im Detail, aber eine abstrakte. Wenn man überlegt, und das wird jetzt preachy und philosophisch und du hast gesagt, du möchtest keine Moralpredigt, aber das wird jetzt ungefähr in die Richtung, wenn zu viel ist, sag und dann höre ich auf. Was ist Sprache? Sprache erfüllt für uns gewisse Funktionen. Wir können uns austauschen und im Idealfall tauschen wir uns so aus, dass wir uns gegenseitig nicht schaden, dass wir uns nicht diskriminieren. Ja, genau. Wenn wir jetzt identifiziert haben, dass gewisse Formen von Sprache nicht nützlich sind oder halt auch schlechte Nebeneffekte haben, wie zum Beispiel, dass wir, wenn wir von einem Arzt reden, nur an den Mann denken oder so. Wenn wir das studieren, wenn wir das hypothetisch festgestellt haben, dann ist es, finde ich, etwas Nobles, wenn man Sprache als das begreift, was es ist, als was Menschen gemacht ist, was eine Funktion erfüllt und was um andere Funktionen, wie etwa Inklusivität oder Respekt oder Höflichkeit oder was auch immer, um diese Funktionen auch zu erfüllen, ist Sprache etwas, was man verändern kann. Und da ist Enz, auch wenn es doof ist, ich finde, es macht schön deutlich, was man machen kann, wenn einem Inklusivität wichtig ist. So, da war jetzt ein ganz gravierender Fehler drin. Die Menschen denken nicht an einen Arzt, weil es der Arzt heißt und das kann man damit auch nicht ändern. Man kann das in der Gesellschaft ändern und das wird sich auch über die Zeit ändern. Das ist bei jungen Leuten schon heute sehr viel weniger so als bei älteren früher. Das sieht man statistisch gesehen. Menschen, die nur an einen Arzt denken, wenn man Arzt sagt, sterben aus, statistisch gesehen. Und gesellschaftlich kann man das eben verändern, indem man das Kindern schon so beibringt und so weiter. Aber du musst das Wort Arzt nicht ändern. Das ist schon die falsche Annahme. Ich muss dazu sagen, nicht darüber lustig. Und Ends funktioniert noch aus ganz anderen Gründen nicht. Wenn ich sage, Ends Tantens liegt in Ends... Die Verstehung von Sprache als etwas, was uns dient, was auch flexibel ist, dass man das fördert, ist gut. Das ist mein einziger Punkt. Ja, aber das ist halt nicht sinnvoll. Ich darf doch sagen, es gibt sinnvolle Ansätze. Durchaus gibt es sinnvolle Ansätze. Aber die, die nicht sinnvoll sind, darf ich doch auch als solche benennen. Nein, klar. Und ich würde, also wenn ich das jetzt als wichtig befände und dann ein Video dazu mache, dann sage ich nicht, hey, ich finde das voll gut, sondern sage ich auch, ja, das ist ein netter Versuch, aber ich finde, das ist nicht gut. Nee, das ist kein netter Versuch. Und das kann man auch machen. Das ist halt, dass sowas in den Abendnachrichten da gesendet wird, also in den Tagesthemen, ist halt schon durchaus lächerlich. Also das finde ich schon sehr komisch, dass man das einfach hervorhebt. Weil guck mal, ich sage jetzt, Ends liegt im Haus von Ends und dann wüsste ich ja nicht mal, wo das ist. Weißt du? Das ist ja, das funktioniert in unserer Sprache nicht. Das hatte Alicia Joe damals zum Beispiel gesagt. Du kannst sehr viel nicht mehr definieren damit. Das ist auch nicht mein Punkt, dass das jetzt die Variante ist, für die ich in den Krieg ziehe. Ja, und deswegen kritisiere ich sie. Und deswegen kritisiere ich nicht Leute, die einfach nur bei Deutsch bleiben, also bei normalem Deutsch. Das ist für meiner Meinung nach, muss man gegen die Richt, gegen, dagegen kämpfen, also gegen kämpfen, was heißt, dafür arbeiten, dass Menschen grundsätzlich bei der männlichen Aussprache an alle denken, ist ja völlig in Ordnung. Ich glaube zwar nicht, dass die Welt davon untergeht, wenn es jetzt im Normalfall noch nicht so ist, aber das wird passieren. Statistisch gesehen ist es auch so, dass es immer mehr so wird. in 50 Jahren wird das sehr viel weiter, sehr viel verbreiteter sein und ein besserer Lösungsansatz wäre bei einer Frau, die Arzt ist, auch einfach von Arzt zu sprechen. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Lösungsansatz, den ich besser finde. die Frau ist Arzt, zum Beispiel. Okay, okay, ich möchte da jetzt nicht drauf eingehen, wie gesagt, also weil da verrennen wir uns. Ich sage, Sprache in dem Sinne verändert schon unsere Warnung und du sagst nein. Ich habe jetzt auch keine Studien genau zu dem Thema und bevor ich dir was schicke, würde ich es gerne lesen. Ja. Jetzt habe ich noch mal einen Punkt verloren, weil ich so schön gesprochen habe. Bitte füll du kurz die Zeit, bis es mir wieder einfällt, weil ich hatte was ganz Geniales. Wir sind jetzt sehr weit vom Thema mit Nazi nennen und so weiter weggegangen, aber es geht ja, das war nur unser Startpunkt quasi. Wir sind uns ja da halbwegs so einig geworden oder zumindest konnte man feststehen, wie unsere Positionen da sind und ich kann deine Position verstehen und ich denke, du kannst auch meine Position das heißt ja nicht, dass man sie eins zu eins vertreten muss auch, aber man kann sie zumindest akzeptieren oder einfach akzeptieren, dass sie so ist, wie sie ist. Ich kann vielleicht, um den Kreis zu schließen zu dem Thema, mir wird es fix nicht einfacher, was ich sagen wollte. Mein Problem ist nicht mit deinem Ansatz, also in keinster Weise. Nazi ist in Deutschland, in Österreich eine schwere Beschuldigung. Wenn das einmal breit getreten ist, wenn das einmal kommuniziert wird, veröffentlicht wird, ist das rufschädigend und hat ganz, ganz große Folgen, auch wenn dann am Ende draufkommt, ja doch nicht so. Nur, das wie du es praktizierst, gibt meiner Ansicht nach zu viel den Benefit of the doubt und das ist immer subjektiv und das kann ich dir auch nicht belegen. Ich möchte ganz arg auffassen, niemand Falschen zu beschuldigen. Ich möchte da wirklich ganz, ganz vorsichtig sein. Darum geht es mir einfach. Ja klar. Und wenn ich jetzt aber, oder ich möchte darauf wieder, auf deinen Prominenten, ich sage jetzt nicht Prominenten, Chad, wenn da einer reinkommt mit Clownswelt und du jetzt anhand des Namens jetzt noch nicht gerechtfertigt findest, zumindest zu sagen, ja, das ist wahrscheinlich ein Neonazi. Nein, absolut nicht. Wenn deine Toleranz, also ich sage mal so, wenn jemand ein Neonazi-Meme als seinen Namen hat. Es gibt verschiedenste Sachen, erst mal, ich habe nicht gesehen, zu welchem Zeitpunkt der Mindset gekommen ist. Ich meine nur prinzipiell, weil ich habe dich ja jetzt gefragt, ob du sagen würdest, dass das ein Neonazi ist und du hast gesagt, nein. Und wenn, und das ist mein letzter Satz, dann kannst du gehen, wenn du so weit, wenn du so viel Leave-Way gibst, so viel Spielraum, dann sehe ich halt deine, sehe ich halt das nicht sinnvoll umgesetzt, um jetzt Nazis auf den Kaiser wirklich nackt zu nennen, wenn er nackt ist. Was ist mein Vorteil davon, wenn ich ihn banne? Wird er dann eher aufhören? Ich rede nicht von bannen, ich rede nur, dass du ihn Nazi nennst, dass du weißt, dass das ein... Wenn ich ihn, was habe ich davon, wenn ich ihn Nazi nenne? Selbst wenn er einer wäre, wovon ich nicht ausgehen würde, weil ich soweit ich weiß, ist das ein Fan-Account, der das einfach so, der es so heißt. Von dem Nazi-Kanal, ja. Er hat sich, er hat hier in meinem Chat noch keine Nazi-Dinge gesagt. Wenn jemand, okay, ich glaube nicht, dass jemand durch Zufall den Namen Clownswelt gewählt hat. Nein, der feiert ihn wahrscheinlich. Korrekt. Ja, genau. Und ich glaube auch nicht, dass der YouTuber aus Zufall den Namen Clownswelt gewählt hat. Er verwendet nämlich auch den Sound-Effekt Hongkong. Ich nehme an, du kannst dir vorstellen, wofür Hongkong steht. Es steht für HH. Ein YouTuber, der so einen Content macht und ein Fan, der diesen YouTuber-Namen übernimmt für seinen Twitch, der auch jetzt angibt, damit er Kontakte hat zu Schlomo oder zu Boris von Hongkong steht. Ganz kurz mal, was ist an diesem Hongkong schlimm oder was genau bedeutet das? Jetzt müsste ich machen. Ach so, Hongkong steht für Heil Hitler. Das war ein, ich kann, das schicke ich dir gerne nach oder möchtest du es jetzt gleich sehen? Alles gut, Chat. Ich suche es jetzt. Chat, habt ihr das schon mal mitbekommen oder kennt ihr das? Wisst ihr, dass das so gemeint ist? Also ich habe keine Ahnung dazu. Ich möchte, ich frage nur ganz kurz nochmal meinen Chat. Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ich möchte ihm jetzt nicht Ich schicke dir einen Link. Einfach so widersprechen. Ich warte auch gern, ich sage nichts, bis du das gelesen hast. Das ist nur der Wikipedia-Eintrag oder von Rational Wiki. Das ist so ein Sub-Dings. Also ich sage mal so, mein Chat ist sich gerade ziemlich einig, dass das wohl Quatsch ist. Es tut mir leid. Das nehme ich nicht so ernst wie diese Quelle. Welche Quelle ist das? Ich kann auch gerne auf ein Video, im Moment, das ist Rational Wiki, aber ich zeige dir gerne noch eine bessere Quelle an. Hätte ich nicht gedacht. Ist es das? Ja. Aber Rational Wiki oder Rational Wiki, da kann doch auch so ziemlich jeder reinschreiben, oder? Ja, de facto, aber jetzt ist halt die Frage, weiß ich nicht, liest du das mal durch und dann sag mir, was du dazu denkst. Also ich, ich habe mich dazu nicht weitergehend beschäftigt, aber so, also ganz kurz, folgendes, die Argumentation ist ja jetzt so. Erstmal müssen wir davon ausgehen, dass Clowns World ein Neonazi ist. Keine Ahnung, ob er eine ist, kann natürlich sein, ich weiß es nicht. So, du sagst es jetzt, ich habe keine Einschätzung zu ihm. Ich kann mir im Stream ja mal was von ihm anschauen, dann werde ich das auch einordnen können. So. Angenommen, er ist einer, dann hat, dann, oder, oder er tendiert dahin. Vielleicht weiß das nämlich mein Zuschauer genauso wenig, also vielleicht hat der, vielleicht ist der, ist der ja, weiß der zum Beispiel nicht dieses Dog Whistle. Vielleicht macht der das mit Absicht, aber vielleicht weiß das ja mein Zuschauer hier nicht. Also dann muss mein Zuschauer hier, der sich so genannt hat wie Clowns World, auch noch wissen, dass Clowns, dass Clowns World anscheinend ein, ein Neonazi Dog Whistle in seinem Video verwendet. So. Und, ich sag mal so, dann soll ich ihn dafür bannen, vielleicht wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass die zweite, dass die zweite, ja, hast du gesagt, gerade bannen? Ja, oder dafür outcallen, outcallen, dass er mir auf jeden Fall nicht mehr zuhört. Ich würde zumindest mal sagen, ich würde zumindest mal sagen, äh, weißt du, was das heißt? Also zumindest, aber wenn du selber jetzt noch nicht, äh, noch nicht so, ich habe keine Ahnung, wer genau Clowns World ist. Ich weiß, dass er sehr weit rechts steht. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich mich mit ihm nicht identifizieren können werde. Aber was hätte ich denn davon, wenn ich diesen Fan-Account hier, hier irgendwie outcalle? Der soll mir doch lieber zuhören und denken, dass das, was ich sage, auch vernünftig klingt. Mhm. Ich würde auch vielleicht sagen, also einen Schritt zurück machen, äh, der Fairness halber. Es ist unwahrscheinlich, dass, äh, Clowns World nicht drüber weiß, äh, was er tut mit dem Namen. Ich halte es auch für unwahrscheinlich, dass, äh, der Typ mit dem Namen nicht weiß, äh, nicht zumindest erahnen kann. Äh, dass das irgendwie in Richtung Rechtsalternativ geht. Ähm, aber es ist natürlich, äh, nicht sicher. Immer, es ist noch, es ist ein zweites Level, wo es, wo man sagen kann, er kann es nicht wissen. Und das möchte ich ihm auch zugestehen. Vielleicht hat er 10% Wahrscheinlichkeit ist jetzt meine, äh, medizinisch genaue Diagnose. Aber, äh, Also, wie gesagt, ich kann halt, ich, ich, ich habe nichts davon, ihn outcallen, dass er mir nicht mehr zuhört. Weil an dem Punkt, schließe ich diesen Nutzer mit diesem Namen ja bei mir aus. Und dann hört der, kommt davon, wie du es machst. Ich sage ihm, ey, wusstest du, dass du deinen Mio-Nazi-Kanal feierst? Ah, was, was mache ich denn dann? Also, erstens weiß ich es noch nicht. So musst du es nicht machen. Du kannst zum Beispiel sagen, hallo, hallo, grüße dich, erste Nacht im Chat. Du, äh, nicht böse gemeint, aber, weißt du, was der Name, den du da hast, heißt? Ich weiß nicht, was der Name, wo der Name heißt. Und, nein, aber, wenn du jetzt zum Beispiel so was, du hast einen Typen, der reinkommt, äh, Globalist Conspiracy in seinem Twitch-Namen, halt was richtig offensichtlich ist. Ja, das klingt eher nach einem, der da, wo du dann, also, wenn jemand Globalist Conspiracy in seinem Namen hat, dann ist das wahrscheinlich einer, der eher anders eingestellt ist und da trollt, wenn du mich fragst. Also, davon würde ich ausgehen. Ja, aber, zumal, du kannst, du kannst es ja so kommunizieren, dass es nicht abstoßend ist, dass es immer noch höflich ist, wenn du ihm sozusagen das ermöglichst, also ihm sozial die Möglichkeit eröffnest, dass er sagt, nein, okay, das habe ich nicht gewusst, wenn es wirklich so ist. Und sich für seinen Namen erstmal rechtfertigt. Jetzt wollen wir lieber zuhören, solange, denken, hey, der macht ja hier Content gegen, so angenommen, ich würde das jetzt aus deiner Sicht argumentieren, weil, ich, ich bin nicht Aktivist, aber so angenommen mal, dann hört der mir zu, denkt, der sagt ja die ganze Zeit, ähm, die ganze Zeit Sachen, die vernünftig klingen und dann kritisiert der auch mal, keine Ahnung, Ketzer oder vielleicht irgendwann auch Clownswörtlich, muss man auf den reagieren anscheinend. Dann denkt der, ja gut, jetzt, vielleicht klingt ja das, was hier Hugo sagt, ja ganz vernünftig. Also, natürlich passiert das jetzt nicht genau gleich so, aber so ein bisschen einfach Vertrauen aufzubauen, diese Leute aufzunehmen und ich gehe auch nicht rein und reagiere auf einen Clownswört und sage, jetzt reagieren wir auf einen Neonazi und werden ihn komplett zerstören und als Neonazi exposen, sondern ich werde da reingehen und mir anschauen, welche Punkte er nennt und sagen, warum ich die Punkte anders sehe als er beziehungsweise, warum das, was er sagt, nicht meine Position ist. Na klar, aber schau her, du kannst ja beides machen. Also, jemand, der empfänglich ist für eine sinnvolle Kritik an den Ketzer oder so, an den Clownswelt, der ist sicherlich auch empfänglich dafür, dass du ihm sagst, hey, ich sage nicht, dass du ein Nazi bist, aber, dass der Name, den du hast, der hat einen problematischen Hintergrund. Und dass jemand eine erste Chatnachricht hier reinschreibt und ich ihm sage, ey, ich glaube nicht, dass du ein Nazi bist, an dem Punkt habe ich ihn verloren. Naja, ich meine, das muss er aushalten. Beziehungsweise, wenn er nicht aushält, dass für einen problematischen Namen, dass er dafür gesagt bekommt, ey. Ich möchte ihm nicht sagen, dass sein Name problematisch ist. Ich möchte ihm vielleicht früher oder später sagen, warum einige Ansichten, dessen Creator er anscheinend feiert, ich nicht teilen kann. Das möchte ich ihm sagen. Ich möchte ihm nicht sagen, das ist problematisch und ihn dafür kritisieren. Vielleicht ist es ja gar nicht kritisieren. Wir haben gesprochen, dass es auch sein kann, dass er keine Ahnung hat, dass es sehr wohl der Fall sein kann. Dann ist es ja gar keine Kritik. Und by the way, mit Crowns World würde ich sogar sehr gerne mal sprechen, privat, weil ich möchte mich einfach mit rechten Creatern unterhalten, aber ich würde mir die privat auch vorher mal ein bisschen anschauen. Frage ihn mal, wie er dazu steht. Ich habe ihn sogar explizit schon mal angesprochen, ob er mir, ich hatte mit ihm, eine Privatkonversation. Er hat mir gesagt, er ist nicht Clowns World. Ich wollte ihn auf Discord mal hinzufügen und mit ihm im Prinzip ja mal privat reden. Hätte ich tatsächlich sehr gerne gemacht. Einfach um rauszufinden, wie er steht. Wie gesagt, um einfach so ein bisschen die Rechten auch mal von der Position her zu bewerten, wie die so stehen, wie die so drauf sind. Ich habe damit, ich hätte das sogar sehr gerne gemacht, aber anscheinend ist es nicht mal der echte. Ja, ähm, wie soll ich sagen, es gibt halt viele Beispiele und gerade im amerikanischen Raum, weil im amerikanischen Raum ist die Gesetzeslage ein bisschen anders, wie du weißt. also es gibt in Österreich das Wiederbetätigungsverbot, das heißt, du darfst keine Nazisachen sagen, also du darfst nicht neonazistisch sein. In Deutschland gibt es den Anti-Extremismus. Es gibt gewisse Dinge, die du nicht machen darfst, die du logisch. Das gibt es in Amerika nicht. Das heißt, die reden da viel lockerer drauf los, wie du sicherlich weißt. hier einen und den ganzen Scheiß. Du kannst ja alles sagen. Genau. Das heißt, du hast da... hier, haha, ist gar kein Problem, so gesehen. Genau. Du kannst... Genau. Ja. Das heißt, da haben sich Menschen lange Zeit, Richard Spencer sagt dir sicher was, dem sein Ding war, dass er eigentlich, dass er ein braver Bürger ist, der nur seine Pflicht tut, sich politisch aktiviert, also politisch aktiv ist. Er ist kein Nazi. Nein, er hat auch nichts jetzt gegen Minderheiten, sondern es interessiert... Er möchte einfach nur konservative Politik machen. Was ist passiert? Es wurde eine Nachricht, also eine Aufnahme von ihm geleakt, wo er gesagt hat, früher hätten seine Vorfahren, hätten die ganzen Juden und die ganzen Schwarzen versklavt und vergast. Ja, kann ja sein. Das. An Pete, dann Paul Joseph Watson, genauso ein Konserv... Es kann ja sein, ich weiß ja nicht, wie er es eingeordnet hat. Ich habe genug Erfahrung. Es kann ja auch einfach sein, dass es passiert ist. Ich habe keine Ahnung, was er dazu gesagt hat. Wenn er jetzt noch gesagt hat, er findet das gut. Wie, dass es passiert ist. Es kann ja sein, dass seine Vorfahren das getan haben. Das ist mir egal. Entschuldigung, ich kann das dir gerne schicken. Wenn jemand ausruft, I would have enslaved those pieces of shit, those fucking... Jetzt kommt ein jüdischer Slur. Ja. Achso. Those fucking N. Never mind. Also wenn er das schreit, im privaten Raum... Wom ging es mir? Es ging darum, dass man sowas sagen kann, wie mein Opa war... Also in meinem Fall ist es nicht zutreffend, aber wenn ein Deutscher zum Beispiel sagt, mein Opa, ich weiß, was der in der Nazi-Zeit gemacht hat, so. Nein, nein, er hat es... Ja gut, das kann natürlich sein. Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung von dem Typen. Das kann natürlich gut bei ihm sein. Möchte ich ja nicht ausschließen. Und das ist nicht selten, wie gesagt, dass so Konservative, die sich halt als Wertekonservativ geben, dass die dann am Ende Leaks haben, wo halt rauskommt, okay, die sagen Hitler-Scheiße. Ja, ist... Und ich weiß, und das hast du vielleicht, und das hast du natürlich noch nicht so erfahren, und dann hat man irgendwie einen Spidey-Sense, der jetzt nicht immer genau ist, aber wo man einfach weniger bereit ist, so viel Spielraum zu geben. Ja, ja, aber ich möchte niemanden falsch verurteilen. Also ich möchte wirklich niemanden falsch verurteilen. Darum geht es mir hier einfach. Und das ist jetzt vielleicht mein letzter Satz. Meine Befürchtung ist, dass wenn du nicht bereit bist, einen Menschen, der zumindest ein bisschen politisches Verständnis hat, wo es mich jetzt auch nicht überraschen würde von seinem Content her, dass das ein rechtsradikaler bis rechtsextremist ist. Wer jetzt? Dass der aus Versehen ein Neonazi-Meme. Wer denn jetzt? Wenn du dem so viel... Ne, Clownsworld. Ich hab von diesem... Dieses Clownsworld ist ja immer noch kein Neonazi-Ding. Das ist ja eigentlich nur ein Begriff, um andere politische Meinungen ein bisschen abzuwerten oder zu diskreditieren. Darum geht es ja, glaube ich, bei Clownsworld, oder? Eben nicht, aber das werde ich dir schicken und du kannst dann sagen, wie du darüber denkst. Aber das Ding ist, wie willst du sowas festmachen? Das ist doch auch immer sehr schwer zu fixieren, oder? Es gab ein YouTube-Video, was ein Meme-Edit war. Das habe ich vorhin gesucht, ich habe es gefunden, aber nicht das Original. Unter dem Original, das hat 5 Millionen Aufrufe gehabt, es wurde runtergenommen und es gibt nur ein Reupload. Und unter dem Original-Comment, also das war sozusagen das Video, wo sich die ganzen Nazis getroffen haben. Ich kann dir den Link schicken. Warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz, in deinem Chat steht hier gerade, jetzt verteidigt Tugo schon proaktive Nazi-Großeltern. Wann habe ich das verteidigt? Alter. Ich weiß nicht, ich habe in meinem Chat gesagt, sie sollen sich benehmen. Alles gut, ich möchte nicht auf den Chat gehen. Ich habe auch meinen Moderatoren gesagt, dass sie heute liberal sein sollen. Nein, 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 kurz du. Alles gut. Ich gehe nicht auf. Nein, ich möchte nur nicht, dass es so rüberkam. Ich sage, ich finde das Prinzipiell ist das eher besser, wenn man das macht, aber wenn man das weiß, ist es nicht schlimm, das Prinzipiell zu sagen. Ich hätte jetzt auch nicht verstanden, so dass es verteidigt, sondern dass es einfach neutral sagt. Ja, egal. Ich habe dir das jetzt geschickt und das Video wurde veröffentlicht. Nicht, ist das? Nein, das ist nicht dieses Video vom Prince of Zimbabwe. Auch cool der Name. Ähm. Und da drunter stehen halt die krassesten. Und da stehen die Top 100 Kommentare sind alle Nazis. Das Video gibt es leider nicht mehr. Ich nehme an, dass sie es runtergenommen haben, eben weil es so ein gutes Archiv war. Es gibt ein Video von einem Linksfaschisten, also einem linksradikalen YouTuber namens Worsch, wo er die Kommentare, die das sind, vorliest. Ist natürlich biased, aber das ist der einzige Weg, wie du diese Kommentare noch lesen kannst. Ich würde dir das schicken mit dem Timestamp, dass du die ganzen Kommentare dir reinziehen kannst. Und vielleicht, wenn ich dir die Dinge, die ich heranziehe, für das schicke, schicke, dann macht's besser. Wie gesagt, selbst wenn man das alles weiß, ich find's immer noch besser, wenn mir dieser Typ, der einen vermeintlichen Nazi-Dogwistle als Namen hat oder Neonazi-Dogwistle, das von manchen so verstanden wird, wo ich selber nicht weiß, dass er das so weiß, wenn der mir einfach zuhört, find ich das immer noch besser. Dem stimme ich zu, aber ich widerspreche jetzt der impliziten Aussage, dass du aus diesem Grund ihn dafür nicht outcallen würdest. Und ich würde jetzt, also outcallen ist jetzt halt der technische Begriff, aber ich würde ihn jetzt nicht dafür outcallen und sagen, hey, du hast, also Kommunikation ist ja, braucht man ja Feingefühl. Ich würde jetzt nicht sagen, du Nazi-Arschloch, schau mal deinen Namen an. Natürlich nicht. Und ich würde sagen, du, hallo, wie gesagt, aber der Name, weißt du, was der Name heißt? Also ich finde, der ist... Mir sind aber die Usernames in meinem Chat eigentlich ziemlich, also so, ich finde, grobe Beleidigungen lassen wir jetzt... Die sind ja indikativ für etwas. Ja, aber der hat ja noch nichts Schlimmes geschrieben. Also der war wirklich die meiste Zeit voll lieb. Also der ist nicht mal so irgendwie ins Extrem gegangen. Ich weiß nicht, ob der jemals einen Timeout bekommen hat überhaupt. Ja, klar. Und wenn ich dir das jetzt schicke und du am Ende zu dem Schluss kommst, ja, Clown World schwierig... Ich glaube, dass er schwierig ist. Ich habe bis jetzt ein bisschen was von ihm gehört. Nein, nein, ich meine das Meme, allgemein das Meme und so den Namen und so. Ich habe mich nicht weitgehend mit ihm beschäftigt, ja. Ja, wenn du sagst, allein schon, dass man den Namen hat, ist problematisch, dann tust du ihm ja auch nur einen Gefallen, wenn er für dich nicht so wirkt, als wäre er ein Unterstützer davon, wenn du ihn darüber aufklärst, dass dieses Meme einen schlechten Eindruck von ihm machen kann. Wenn du mir jetzt zustimmst, nachdem ich dir das alles schicke und... Wie gesagt, ich fand, ich finde, ich habe von Clownsworth noch nicht viel gesehen. Ich hatte von ihm bis jetzt sehr, sehr wenig gesehen und das, was ich gesehen habe, war eher ein negativer Eindruck. Aber ich ban dafür niemanden raus. Ich rede sich von dem Content nur von dem Meme abstrakt. Wir reden gerade aneinander vorbei. Ich rede jetzt davon und allgemein, es gibt ja noch viele andere Dog Whistles, also allgemein dafür, okay, ich empfehle dir, ich habe gesagt, ich werde nicht preachy, aber vielleicht korrigiere ein bisschen in die andere Richtung, wo du ein bisschen skeptischer gegenüber Leuten bist, die Dog Whistles verwenden. Ja, aber ich möchte halt nicht übertreiben. Ich glaube, du bist, ich glaube, du kannst eineinhalb Schritte nach in die Richtung ein bisschen skeptischer sein, ohne dass du über alle Stränge schlägst und wie die ganzen Woken alle Nazis nennst. Ich glaube, du hast da noch Spielraum. Aber gut, ich habe gesagt, ich werde nicht preachy, Du siehst den Spielraum halt anders als ich. Nein, nein, alles gut, das ist ja in Ordnung. Ich wollte nur nicht, dass die Moralpredigt hier kommt, von wegen, du bist so für Menschenrechte und ich dagegen, weil ich eine andere Strategie verfolge. Menschenrechte finden wir, finden wir alle, denke ich mal, gut. Und ich, und ich schätze auch, ich schätze auch, dieser User mit dem, mit dem Clownsworld-Namen, aber ich finde das ehrlich gesagt so irrelevant, ob da ein User mal in meinem Chat war. Ich habe dem ja nicht VIP oder Mod oder so gegeben. Vielleicht kann ich sagen, wie das Gespräch zustande gekommen ist. Es gab einen Fan von dir, der auch ein Fan von mir war, der aber gemerkt hat, dass du für seinen Geschmack sehr unbalanciert warst, also eben, was ich gesagt habe, mit der Kritik vor allem gegen Woke und dass du in, und dass in deinem Chat hat er ein paar Leute gesehen, die er aus anderen Streams kennt und es ist nicht selten der Fall, das ist auch bei mir passiert, dass jungen Streamern, dass da Leute reinkommen, die gezielt rechts sind. Das passiert in der Richtung links weniger. Und dann versuchen, den so zu lovebomben. Darf ich fragen, wer das war? Und das war der Screenshot, den... Darf ich fragen, wer das war? Ich kann es dir gerne privat sagen, ich möchte die Person... Kannst du es kurz reinschreiben? Ich möchte ganz kurz wissen, es gibt ein... Wenn du eine Vermutung hast, dann kannst du es gerne reinschicken, aber ich glaube nicht, dass die Person das möchte. Auch nicht öffentlich. Ich sage es nicht. Das Ding ist, wenn mir eine Person was im Vertraulichen schickt, dann möchte ich das nicht preisgeben. Also ich frage sie und wenn die Person sagt, ja kannst du gerne sagen, dass ich es war, dann schicke ich dir das sofort. Aber möchte ich halt nicht. Und deswegen ist das halt so bei mir drinnen. Aber das ist dann eigentlich nur, dass eine private Person hat mich jetzt dafür kritisiert, dass ich den nicht outcall in meinem Chat. Obwohl die Person ja nicht mal gewusst haben kann, dass ich ihn nicht outgecallt habe. Die hat ja nicht unter Umständen... Die Person schaut dich. Die Person schaut deine Streams. Ja. So, okay. Schau, eine Person, die deine Streams aushalten kann und auch in meinen Streams relativ präsent ist. Das ist super. Die gibt nicht so schnell auf... Das ist großartig. Ja, die gibt nicht so schnell auf auf einen Film für den Stream. Na gut, meine Vermutung ist das schon mal nicht. Das passt. Ja, ja, alles gut. Ich finde das ja auch in Ordnung. Nein, keine denunzierende Person. Nur, okay. Und das ist jetzt absolut von oben herab. Und wenn du... Aber ich persönlich habe halt die Erfahrung gemacht, dass der einzige Grund, wieso es mir so leicht gefallen ist, nicht so halt reingezogen zu werden, ist, weil ich schon selber ein Support System an Zuschauern gehabt habe. Du musst verstehen. Ja, nur ich habe auch das Gefühl gehabt, so wie du über manche Leute geredet hast, zum Beispiel jetzt über Schlomo, dass du manchmal... Okay, das ist jetzt voll preachy. Aber dass du manchmal einfach nicht alles weißt, was das für Menschen sind. Ja, weiß ich nicht. Und deswegen war es mir auch wichtig, dass ich zum Beispiel jetzt... Aber ich verstehe auch nicht, die Person, die das jetzt kritisiert hat, woher hat die überhaupt gewusst, dass ich diesen Clowns World hier in meinem Chat nicht angeschrieben habe? Alleine das kann man ja schon gar nicht wissen. Man kann es nicht wissen. Das stimmt. Aber ich denke jetzt einmal, dass es eine reasonable assumption ist, basierend auf deinem allgemeinen Umgang. Der jetzt will der Gutsein, den ich jetzt nicht da jetzt kritisieren möchte, aber ich weiß jetzt nicht, ob das so schlecht ist. Ob das jetzt so falsch war von der Person, mich anzuschreiben. Also, wie gesagt, es freut mich, dass die Person mich immer noch schaut. Es freut mich ja auch, dass ich jetzt... Ich habe hier genug Zuschauer, die auch links sind. So ist es ja gar nicht. Aber ich habe mich noch nie in irgendwas reinziehen lassen. Zum Beispiel mit einem Proletopia habe ich ja auch ganz klar gesagt, dass ich nicht... Zum Beispiel habe ich ja auch darüber diskutiert, dass ich den... dass ich an eine soziale Marktwirtschaft im Kapitalismus glaube. Und da hätte ich mir ja auch viel mehr Fans von ihm übernehmen können. Das ist echt nur ein Kuschelkurs mit allen, das weiß ich schon. Da hätte ich mir ja viel mehr Fans von ihm übernehmen können, wenn ich das nicht gesagt hätte. Weil er mich ja auch gefeiert hat und weil er mich ja auch geradet hat und alles. Macht der auch weiter. Der kann ja auch damit leben, dass ich das mal sage. Und so bin ich mit jedem reingegangen. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass du das machst für Klicks. Nee. Und ich lasse mich in nichts einziehen. Wenn mir was widerspricht, dann werde ich es kritisieren. Und das in alle Richtungen. Es muss ja nicht nur sein, dass du reingezogen wirst in etwas, was du nicht glaubst, sondern dass einfach, wenn du mir informiert hast... Aber egal. Wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Wie gesagt, ich habe nur das Gefühl gehabt, dass du ein zu positives Bild von vielen von den Leuten hast, über die wir heute gesprochen haben. Den meisten habe ich einfach gar kein Bild. Also das ist halt... Das ist auch nicht gut, denke ich. Ja, nee, ist nicht gut. Aber ich kann jetzt von jedem informiert sein. Ich kann informieren es gern. Also ich habe viele von den Personen auch nicht gekannt. Mir haben dann ein paar Zuschauer was aus anderen Schätzen so geschrieben, was die so von sich geben. nicht immer die coolsten Menschen. Wenn du möchtest, kann ich dir gern die paar Dinge mal schicken. Du kannst dann auch noch selber natürlich auf deinen Twitter-Accounts und so schauen und so. Dir ein vollständiges Bild. Aber ja, okay, das war jetzt viel zu sehr... Ich fühle mich jetzt schon wie ein Pädagoge. Ich glaube, die Zeit ist um. Ja, alles gut. Ja, wir haben zwei Stunden geredet jetzt. Ich denke, ich denke, ja, also man konnte sich auf jeden Fall irgendwie unterhalten. Ich werde nicht anfangen, Leute hier im Chat, jetzt wo ich nicht weiß, also wenn jetzt jemand hier, keine Ahnung, Heil Hitler im Namen hat, dann werde ich den natürlich bannen. Ja. Das ist aber auf einer anderen Stufe. Das muss ich natürlich ein bisschen selber einschätzen. Da gibt es keine objektive Regel für. Aber in dem Fall werde ich es jetzt auf der Stufe noch nicht machen. der Punkt ist ja jetzt auch nicht bannen. Ja, ich weiß. Aber nur verstehen, dass das vielleicht ein Ungustel ist. Ja, kann gut sein. Aber bis jetzt, wenn er wirklich so einer ist und sich da auch nicht kritisieren lässt, wenn ich diese Leute dann mal kritisiere, dann wird der wahrscheinlich dann anfangen, irgendwie zu beleidigen oder so. Und dann fliegt er auch, wie jeder andere, der hier sich nicht gut benimmt im Chat. Ja, und so soll es doch sein. Ja gut, dann. Wenn jemand auf Mutter geht, wird jemand. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Dein Kanal wird hier irgendwo verlinkt sein, auf jeden Fall on screen. Schaut gerne vorbei. Und ich verlange noch Geld für die pädagogische Nachhilfe, gell? Ich schicke dir mein PayPal. Okay, super. Und ja, Auran, die Person, die mich kritisiert hat, schreibt mich gerne an. Und keine Ahnung, wir können da auch gerne wir nochmal drüber reden, jetzt die Person, die das geschickt hat. Ja, möchtest du den Zuschauern noch was mitgeben, gegen Ende? Ihr seid alle Faschisten. Gute Nacht. Nein, ihr seid sie nicht. Ihr seid ganz cool. Also, und ich kann sagen, ich bin auch schon in deinem Discord gewesen, wollte mal so schauen, was geht. Wirkte tatsächlich sehr nett. Also, viele nette Memes, war ein netter Austausch. Ja, mein Discord ist nicht. Kann ich nichts, also. Meine Community ist, war jetzt auch nicht so politisch. Das war so richtig Meinungsblogger. Ich habe mir so gedacht, wo bin ich hier gelandet? Der diskutiert doch immer politisch. Ja.